Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Die schwitzige Episode. Voll. Bewegt Bild Banausen. Summer Edition. Summer Edition. 95 Grad draußen. Ja. Und wir nehmen trotzdem auf. Wir nehmen trotzdem auf. Und zwar zu viert. Heute zu viert, ja. Weil zu zweit nicht warm genug ist. Genau. Haben wir verdoppelt. Und alle live vor Ort. Das könnte lustig werden. Ja, alle live vor Ort. Ich könnte ja den einen fragen, ob er auf dem Beat jetzt irgendwas hätte splitten können. Bietet sich an? Ich habe auf jeden Fall meinen Kopf genickt. Der ist schon hier. Bewegt Bild Banausen. Der geht schon ab, oder? Hast du den gemacht? Nee, ich habe den nicht gemacht. Aber ja, der lädt schon ein zum Kopfnicken und zum Bouncen. Ja. Eher so East Coast Fraktion, würde ich sagen. Nee, das war unser Kumpel Dan. Nein, der Neddick, der oft produziert und DJ ist. Der ist gerade auf Tour mit Afrop, glaube ich. Ja. Mit Robbe. Genau, mit Robbe. Und der ist unser Producer von unserer Intro und von unserer Outro. Kennst du den auch? Vom Namen her, auf jeden Fall. Aber jetzt persönlich kenne ich ihn nicht. Nein. Persönlich kenne ich ihn nicht. Ja, aber hat schon in Berlin auf jeden Fall einen Namen. Ja. Als Hip-Hop-Producer und DJ. Aber wen fragen wir hier eigentlich? Wen fragen wir denn überhaupt? Heute findet das ja ohne Bild statt. Deswegen müssen wir die Truppe auch erst mal vorstellen. Wen haben wir denn hier? Einmal, habt ihr vielleicht schon gehört, Classic Dave ist wieder am Start. Classic Dave. Genau, der. Ach, du hast einen eigenen Jingle hier. Du hast einen eigenen Jingle. Krass. Was, so komme ich? Das kriegst du dann nach dem fünften Besuch oder so. Mal gucken. Ja, wen haben wir noch da gestern? Ja, unser Kumpel Conny ist hier. Conny Carras, den Dave und ich schon seit Ewigkeiten kennen. Und der ist mal in Town für zwei Monate, weil der lebt woanders. Conny, wo bist du sonst beheimatet? Stell dich vor. Stell dich vor. Ne, ich komme aus Australien. Also ich bin ursprünglich aus Berlin, aber ich bin vor zehn Jahren nach Australien gezogen. Und zwar damals nach Sydney. Und vor circa eineinhalb Jahren bin ich dann aus Sydney in die Northern Rivers Region gezogen. Das ist quasi südlich von der Gold Coast, einer Grenze Queensland. Also das ist dann in der Mitte von Australien, mehr oder weniger. Und dann dort an der Ostküste. Und der Ort, in den ich gezogen bin, heißt Moorlembar. Und dort bin ich jetzt seit eineinhalb Jahren. Ja, super. Das ist sehr cool, dass wir dich hier aus Australien eingeflogen haben, weil das Lustige ist, dass ich hier über Australien immer herziehe, als Arschloch der kompletten Welt. Weil für mich die schlimmsten Filme, also die schlimmsten Situationen, die sich jemals in den Filmen zugutragen haben, es ist immer in Australien irgendwie passiert. Und du kennst ja diese von wegen Only in Australia, wo du dann so eine Riesenspinne hast, die irgendwie gegen einen Koyoten, der irgendwie am Feinden ist, noch kämpft und so. Das ist immer Australien oder so, oder diese Gegend, wo ich dann denke, Alter, da will ich auf keinen Fall hin. Aber du steuerst so ein bisschen dagegen, weil du hast ja so ein paar Videos gepostet von irgendwelchen lustigen Papageien, die so auf deinem Balkon sitzen, wo ich dann denke, okay, Australien hat anscheinend doch seine schönen Seiten. Aber ja, na klar. Ich meine, die Tierwelt auf jeden Fall, aber werden wir auch später nochmal ein bisschen darauf eingehen. Und da gibt es auch viele Punkte, die nicht so gut laufen. War ja eine Gefängesinsel mal ursprünglich. Fing ja schon nicht gut an. Fing nicht gut an und ist bis heute auch nicht gut. Also es hat Vorteil, dort zu leben, wie immer, mit vielen Sachen. Aber die Balance ist auf jeden Fall mittlerweile auch für mich ein bisschen in Richtung, tatsächlich auch wieder zurückzukommen. Ich will es jetzt nicht hier announcen, dass ich zurückkomme, aber es sind auf jeden Fall Gedanken von mir. Okay. Und da kann ich auch später dazu mehr sagen, warum, wenn wir den Film besprechen. Und ja, was mir noch einfällt und was ich ganz lustig für den Podcast ist, ist, also ich wohne nicht weit von der Gold Coast. Und Gold Coast hat die Warner Studios vor Ort. Und Elvis zum Beispiel wurde da produziert gerade, der auch im Kino läuft. Der wurde in Australien produziert. Und auch viele andere Filme werden tatsächlich in Australien dort produziert. Vor meiner Haustür, halbe Stunde von mir entfernt. Abgefahren? Wusste ich gar nicht. Ja, und welche Serie war das? Alles Star Wars, jetzt so Mandalorian und was war denn das Letzte nochmal? Obi-Wan. Obi-Wan. Wenn du bis zum Abspann bis zum Ende wartest, siehst du doch immer die Australienflagge. Und das ist, weil die da das Animationsstudio ist in Sydney, glaube ich. Oder Gosford oder irgendwie sowas. Und ja, ganz interessant. Also, dass man dann halt immer noch dieses Australien und New South Wales, der Bundesstaat, ein Logo von denen sieht am Ende. Ja, die kriegen ja auch Förderung dann. Genau, Förderung und alles sowas, genau. Aber wir haben ja auch eine Menge, Menge Stars in Hollywood, die ja mittlerweile wirklich huge sind, die von dem Kontinent kommen. Also, da kann ich ja auch eine, wenn ich das mal so reinwerfen darf. Ja, gerne mal. Wie heißt denn der Thor nochmal? Chris Hemsworth. Ja, genau, der. Den habe ich vor drei Wochen am Strand getroffen. Echt? Ja, ja, der wohnt auch, also, ich wohne quasi zwischen Gold Coast und Byron Bay und er wohnt in der Region Byron Bay. Und wir waren da campen und dann hat mir jemand gesagt, hey, da ist er am Strand. Und dann war er da mit zum Surfboard. Hast du ihn eingepröbelt? Nee, nee. Also, ich bin da jetzt auch nicht. Ich schwinde von meinem Strand. Du Händling. Das ist dann auch schon ein bisschen so, da siehst du dann auch die Leute gucken und das verbreitet sich dann so. Es war aber so, also, sehr, kein gut besuchter Strand. Es war jetzt kein krasser Strand so, da waren dann vielleicht so 50 Leute. Aber dann, die 50 Leute haben das relativ schnell mitbekommen. Und dann, ja, da ist auch keiner hingerannt. Ach, echt? Nee, die lassen sich in Ruhe, glaube ich. So, wie ich es gesehen habe. Ich habe da jetzt auch nicht drauf geachtet, aber, ja. Hätte ich aber nicht gedacht, dass der da noch wohnt. Also, ich hätte jetzt gedacht, die sind alle mittlerweile irgendwie in der Ehe gezogen. Nee, nee, der wohnt da tatsächlich so. Krass. Also, das ist sehr bekannt. Seine Kinder sind da. Also, die gehen da zur Schule. Und, man... Der hat ja so viel wie so ein arabischer Clan, glaube ich, ne? Ich, also, wie gesagt, ich wusste gerade nicht, sein Name fällt mir gerade, ist mir auch nicht eingefallen. Also, ich bin da jetzt nicht so krass drin. Ich weiß, dass der existiert, aber ich bin jetzt kein Fan von dem. Und, ja. Du bist ja auch selber in bestimmten Kreisen eine Berühmtheit, von daher magst du ja selber auch deine Ruhe haben. Nicht erkannt werden. Wurdest du auch schon mal erkannt? Nicht in Australien. Aber in Berlin schon? In Berlin, ja. Aber dann auch nur auf Konzerten oder so. Also, wo es dann im Kontext stand, ne? Ja. Also, in der Hip-Hop-Szene dürfte der eine oder andere dem vielleicht schon mal von dem Conny gehört haben. Darauf wollte David anspielen. Genau, als Produzent. So viele, wahnsinnig viele Produzenten gab es eine Zeit lang nicht. Das stimmt. Conny war einer von denen. Einer von denen. Einer von den ganz Großen. Hat mit einer Menge Berliner Leute was gemacht, oder? Kann man schon so sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt die Leute wahrscheinlich, mit denen ich was gemacht habe, die sind jetzt, denke ich mal, ich bin jetzt auch nicht mehr so aktiv. Die sind wahrscheinlich auch nicht mehr aktiv. Aber, ja, da waren auf jeden Fall so ein paar Hits dabei. Sag ich mal, Untergrund-Hits. Fähre ich mal. Ich glaube, Massiv ist mal in die Charts eingestiegen. Ja, so Leute wie Taktlos kennt man ja auch, oder? Taktlos. Prinz P. Das Letzte ist halt, also, mit denen ich noch tatsächlich was gemacht habe und die noch aktuell in den Charts. Ach so, Jack Orson ist ja auch gechartet vor einem Jahr. Aber heute chartet ja, glaube ich, jeder. Ja, mittlerweile ist er so groß, ja. Also, ich weiß ja. Und aber Audio 88, mit dem habe ich einen Song gemacht für mein letztes. Album. Und es war auf jeden Fall ein sehr guter Song. Ja, aber es ist auch schon zwei, drei Jahre her. Also, du hast ja in Australien da auch ein Studio und so eingerichtet, ja? Naja, ich meine, ich habe mal darüber nachgedacht, bevor ich zu euch gekommen bin. Also, Filmmusik allgemein und auch dann Max Richter, was wir später auch nochmal besprechen werden, hat einen sehr großen Einfluss auch zu der Geschichte, wie ich in Australien Musik gemacht habe. Also, als ich nach Australien gekommen bin, hatte ich natürlich kein Studio. und habe dann einfach am Computer Samples gesucht und habe dann tatsächlich von Max Richter ein ganzes, also alle seine Alben zu dem Zeitpunkt gesampelt und daraus mein eigenes Album gemacht. Und hatte damals also kein Studio, aber dann, nachdem ich mich dazu entschlossen habe, dort zu leben, habe ich mir dann natürlich über die Zeit ein kleines Homestudio eingerichtet. Interesting. Das heißt, du machst das auch hauptberuflich? Nee, nee. Also, hauptberuflich hat Rap, Hip-Hop nie genug abgeworfen. Also, es liegt auch daran, das lag auch an mir selbst. Also, ich hatte auch Angebote, ich hätte es machen können, aber ich war immer so ein bisschen Hip-Hop und Underground-mäßig unterwegs. Also, ich wollte das nicht verbinden mit kommerziellen Aufträgen, weil das wäre es am Ende gewesen. Ich wäre dann Produzent gewesen und dann kommt halt irgendjemand und sagt, hey, du musst jetzt zum Ende des Monats zehn Beats abliefern. Und das bin ich dann halt auch nicht. Und ich habe auch schon gemerkt, 2007 habe ich ja mein erstes Album rausgebracht. Und das war dann halt auch so, da haben mich auch viele Leute darauf angesprochen und so weiter. Und da wächst auch so ein bisschen der Druck, schon alleine wegen so einem Untergrundprojekt. Ja, dass sich das rumspricht. Und dann, wie gesagt, dann wirst du erkannt. Dann beginnt in deinem Kopf so ein Ego-Ding zu laufen, wo du dann eigentlich nicht mehr einfach nur die Person bist, die einfach Beats gemacht hat aus Spaß, sondern du bist jetzt jemand. Du bist jemand, der erkannt wird. Und dann ist es auch alles, ja, hat es nicht so einen Spaß gemacht, diesen ganzen Druck und so, der eigentlich gar nicht wirklich existiert hat, den man sich selber macht. Aber das hat so ein bisschen dieses Beatmachen, den Spaß weggenommen. Aber ich habe trotzdem natürlich noch viel Musik danach gemacht. Also in der Zeit 2004 bis 2009 oder so, habe ich vielleicht 1000 Beats gemacht. Davon ist auch nicht viel rausgekommen. Aber trotzdem, es war super produktiv in der Zeit. Aber ich will auch gar nicht jetzt über euer Podcast hier überleiten. Ich mache mal die Überleitung. Nein, das ist super. Wir sprechen hier auch tatsächlich abseits von Filmen eigentlich viel zu oft dafür, dass es ein Filmpodcast ist über Hip-Hop. Es gibt so den einen oder anderen Hörer, der das sehr zu schätzen weiß, aber es sind dann natürlich auch ein paar Leute dabei, die wissen überhaupt nicht, wovon wir hier reden. Ja, ja. Die wissen nicht, was wir hier sind. Aber da jetzt hier alle Anwesenden sehr Hip-Hop-affin sind, ist das, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir da auch drüber sprechen. Ja, stimmt. Da mag ich den soften Übergang. Conny habe ich ja damals kennengelernt. Da hatte ich noch für das MK2 geschrieben. Und er auch schon länger vor mir für das MK2 geschrieben. Das war damals so ein Hip-Hop-Mag kostenfrei. Das wusste ich gar nicht, Alter. Das tun sich hier Dinge auf. Du hast für das MK2 geschrieben. Bei mir waren es zweieinhalb Jahre. Wie viele Jahre waren es bei dir? Vier bestimmt, wa? Nee, so lang war es nicht. Ich glaube, 2001 war das so. Ja, genau. So um die Zeit angefangen. Ich glaube, wir haben ungefähr um die gleiche Zeit angefangen. Okay, dann kurz vor mir. Da gab es ja so einen Umbruch bei MK2. Dann gab es den Oliver Marquardt, du, ich. Wie hießen die anderen? Egal. Ich weiß bloß, wir sind immer zu Mick gegangen. Da gab es dann diese Fächer. Und da bin ich dann halt, wenn ich spontan in Kreuzberg war, hingegangen. Habe mir die Namen angeguckt, die Namenfächer. Und da war dein Name, Oliver Marquardt. Und ich habe immer reingeguckt, was ihr so bekommen habt zum Reviewen, Rezensieren. Und ich habe dann meine CDs abgeholt. Und so kannte ich dich eigentlich erst mal vom Namen. Und dann irgendwann sind wir, glaube ich, dort zur selben Zeit gewesen. Auf jeden Fall. Haben wir uns gleich verstanden. Ja, ja. Okay, das heißt, ihr habt Plattenrezension geschrieben. Genau. Okay, in welcher Zeit war das? 2001? Genau, bis Ende 2003 ungefähr bei mir. Und Interviews. Aber auch amerikanische Releases oder nur deutsche? Nee, nee, wirklich querbeet. Querbeet. Ja, weil da war 2001 ja noch ein sehr gutes Jahr. Und danach wurde es ja eher ein bisschen schwierig. Ja. Äh? Elli? Chingi? Hallo? Klar. What the fuck? Nee, wirklich, wirklich querbeet. Und ich hatte ja meinen Fokus meist ja auf Wu-Tang. Ich habe mir auch selber Zeug besorgt, was ich mir sowieso als Fan besorgt hatte. Und dann auch einfach da eine Review abgeliefert. Das war auch vollkommen legitim. Also nicht alles war halt von den Plattenlabels bereitgestellt. Der Opportunist. Aber ey, man ist da halt reingekommen und hat natürlich auch Kontakte aufgebaut und konnte dann auch mal, keine Ahnung, ein paar Wochen vor, vor offiziellem Release andackeln und hat eben schon was abholen können und reviewen können. Das war schon ganz cool. Das und auch Konzerte, ne? Ja, genau. Also wir konnten immer als Presse dann auf Konzerte umsonst. Wir haben auch viel, ich glaube, wir haben Nas, Exhibit, Interviewed und also schon auch Pharrell. Ja. Stimmt, du warst ja auch bei den Wu-Tang-Dingern teilweise dabei, ne? Wo wir Tekisa auch getroffen hatten. Tekisa, ja. Ich weiß gar nicht mehr. Aber da waren auf jeden Fall einige tatsächlich sehr bekannte Leute dabei, die man dann halt so trifft. Und ja, ich meine, einige waren cool drauf, andere nicht. Aber, coole Erfahrung. Ich habe das tatsächlich auch gemacht, aber halt in den 90ern und eher so im Schweizer Raum, aber da kamen halt auch sämtliche amerikanischen Künstler wegen fehlender Künstlersteuer. Da war irgendwie jede Woche ein krasses Hip-Hop-Konzert und dann eben auch über Presse halt irgendwie Interviews gemacht und so. Das war ziemlich cool. Ähnliche Vergangenheit. Ja. Ja, lustig. Ja, und unabhängig jetzt von dem Hip-Hop-Schleim, wo wir jetzt... Genau, ich wollte einen toffen Übergang machen. War ja Conny auch oft im Kino mit uns. Ja, genau. Das war... Du hast mir den Übergang... Achso, entschuldigung. Nein, alles gut. Perfekt. Perfekt. Die kennen uns einfach so... Ach, wie auch David mir schon beim Auflegen den Übergang verkackert. Indem man mich da mit einer Arschbombe angesprungen hat. Da darf ich das auch machen. Da darf ich das auch machen. Es gibt auch eine... Egal. Genau. Conny war oft immer im Kino dabei. Entweder waren wir zu zweit oder in wechselnder Konstellation auch oft dann eben mit Gästen zusammen. Auf jeden Fall. Schon viele Jahre auch, ne? Viele Jahre, genau. Ja. Also ich bin Gastmitglied euer Crew. Ja, das stimmt. Bestandteil unserer Crew. Ja, und jedes Mal, wenn ich auch in Berlin war, auch als ich in Australien schon gelebt habe und hier zu Besuch war, war ich auch mit euch im Kino. Stimmt. Ich weiß keinen einzigen Film mehr, mit denen ich euch gehört habe. Aber Isa und Nora hast du ja auch, glaube ich, kennengelernt. Die kenne ich, glaube ich, auch noch. Nora auf jeden Fall. Dann macht es bestimmt Klick. Ja. Ja. War es so ein gelegentlicher Kino-Crew. War es so ein gelegentliches Kino-Crew-Mitglied. So wie Lee. Lee war ja auch ab und an gelegentliches Kino-Crew-Mitglied bei uns deswegen. Einfach mal eingesprungen, wo es irgendwie hieß, einer konnte nicht. Hast du Bock? Naja, oder eher so ein Film, dass der Film dich interessiert hat, war schon Lee. Ja, genau. Der Film ist wirklich gut, Lee. Und danach wurde er zerfetzt. Das meiste davon war ja leider noch vor Podcast-Zeiten. Ich glaube, das letzte Desaster von so einem gemeinsamen Kinobesuch war wahrscheinlich Ad Astra. Ja, das kann sein. Aber Facebook vergisst halt nicht. Also ich hatte öfter mal Kommentare von meinen Filmrezensionen, wo halt Lieder runtergeschrieben und das erinnert mich wie nach alten Zeiten, wo wir dich laut Hater getauft haben und wo du einfach jeden Film zerlegt hast. Naja, jeden. Ja, die meisten auf jeden. Ja, viele. Ja, jetzt im Laufe des Podcasts weiß ich, okay, es gibt Filme, die du magst. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich im Durchschnitt ziemlich viel besser dastehe, so punktemäßig als du. Ja, das kann sein. Vielleicht, ja, das kann sein, dass du in mancher Hinsicht euphorischer bist. Auf jeden Fall den Ausschlag nach oben, da bist du. Da bist du vorne. Naja. Okay, dann wollen wir ins Eingemachte gehen, würde ich sagen. Achso, ich muss ja anfangen. Filme rezensieren, du fängst an. Ja, völlig verbimmelt hier. Jetzt muss ich mal gleich Kritik anmerken. Jetzt hast du ja so einen leckeren Obstteller hingestellt mit Trauben und Aprikosen. Außer Reisweite. Jetzt hast du ihn weggestellt. Ja, dann hole ich den mal. Ist ja kein Ding. Ich würde dir gerne lauschen und ein bisschen Aprikosemampfen und so. Ja, ich weiß nicht, ob die Aprikosen schon was können. Ich glaube, die sind noch ein bisschen hart, aber probier's. Ich probier's mal. Ein paar Zähne sind noch da. Wollt ihr? Nö, danke. Ich hab keine Zähne mehr. Okay. Dafür klappt das ganz gut mit dem Sprechen. Das sind seine Dritten. Antrainiert. Das wär's, ey. Alright. Ich hab mir einen Film angeguckt von 95. Und den kannte ich noch nicht. Also hab damals mitbekommen, dass es den gibt, aber hab den irgendwie immer verpasst und jetzt angeguckt. Und das ist leider so ein Sci-Fi-Ding. Und das sind dann ja oft Sachen, die so ein bisschen schwierig gealtert sind. Und das trifft auf den auf jeden Fall zu. Er heißt Johnny Mnemonic. Oh. Keanu Reeves. Ja. Okay. Habt ihr alle gesehen, oder wie? Ja. Conny nicht? Ich glaube nicht, nein. Ich hab den gesehen, glaub ich, vor Ewigkeiten, ja. Ja? Okay, vor Ewigkeiten. Heißt in den 90ern irgendwann. Lull, genau. Ja. Okay. Ja, auf Deutsch heißt er Vernetzt. Bindestrich Johnny Mnemonic. Warum auch immer. Also gut, es geht hier so im weitesten Sinne auch um sowas wie das Internet. Deswegen wahrscheinlich Vernetzt. Ja. Zur Handlung. Wir befinden uns im Jahr 2021. Das finde ich irgendwie ganz cool. Aber einen guten Vergleich. Ja, ne? Es ist also alles letztes Jahr passiert. Aber die Zeit, die hier dargestellt wird, die ist schon ein bisschen anders. Weil hier wird eben erzählt, dass die ganze Welt mit so einem gigantischen Internet verbunden ist. Also ich meine, 95 gab es ja schon ansatzweise sowas wie das Internet. Aber das haben die hier halt ein bisschen mehr ausgebaut. Und die Handlung ein bisschen weiter gesponnen damit. Weil so ein Nebeneffekt von diesem Internet ist nämlich auch die Verbreitung von einer Krankheit. Und die halbe Menschheit leidet unter einer Krankheit namens Nerve Attenuation Syndrome. Kurz NIS. Und da haben die, da schieben die total wilde Filme und das Hirn kackt halt so langsam ab. Und es ist eben, es verbreitet sich stark. Und mittlerweile ist eben die halbe Weltbevölkerung davon betroffen. Und jetzt geht es eben um Johnny. Das ist, wie du schon gesagt hast, die Figur von Keanu Reeves. Und der arbeitet als Kurier. Der hat im Kopf so ein Gerät installiert, wo Daten raufgeschoben werden. Und dann transportiert er die in seinem Kopf. Und dann geht er woanders hin, wo das eben hingebracht werden muss. Und da werden die dann wieder runtergezogen. Ja. Das ist an sich ja schon mal, ich finde die Prämisse an sich ganz cool. Wie es dann dargestellt wird, ist nochmal so eine andere Sache. Jetzt kriegt er einen Auftrag. Er will eigentlich aussteigen aus der ganzen Nummer. Weil dieses Implantat hat halt auch seine Auswirkungen. Er musste eh schon beim, als das implantiert wurde, musste er halt wegen Platz im Gehirn auf ein paar Erinnerungen verzichten. Deswegen weiß er so quasi gar nichts über seine Herkunft und Kindheit und so. Aber er hat da eben auch jetzt nicht mehr so wirklich Bock drauf. Will da aussteigen. Und braucht dafür anderthalb Millionen. Um dieses Ding wieder aus dem Kopf entfernen zu lassen. Also muss er nochmal einen großen Job annehmen. Und der sieht so aus, dass er von Peking nach Newark 320 Gigabyte Daten transportieren muss. Krasser, krasser Shit. Das ist halt so witzig. Das sind halt so Sachen, die du heute halt so easy online erledigst. Das ist geil, in welchen Maßstäben sich das abspielt. Vielleicht haben sie hochgerechnet. Wie heißt nochmal der Typ, nachdem das immer hochgerechnet wurde? So Kapazitäten, Rechnerkapazitäten. Sagt dir das irgendwas, Conny? Du bist doch ein bisschen in dem Mur-Schutz-Gesetz oder so. Ist das das zufällig? Sagt dir das was? Mann. Nee, sorry. Ich finde das parallel mal raus. Informatikstudium, aber das sagt mir das nicht, sorry. Aber das ist so geil, dass du in der Filmgeschichte teilweise so diese 30er, 40er Jahre Banküberfälle siehst. Und siehst, wie viele die da abeuten. Und denkst, Alter, das ist eine Gage von so einem Kleppner heute. Was ist denn da los? Er hat sich alles schon stark relativiert. Und ich meine, klar, 95 war 320 Gigabyte natürlich noch undenkbar viel. Und die müssen eben von Peking nach Nuwak transportiert werden. Jetzt ist das große Problem, dass die Kapazität von diesem Ding, was er im Kopf hat, sind nur 160 Gigabyte. Und in den 90ern hat man aber offenbar gedacht, dass es kein Problem ist, da einfach die doppelte Menge an Daten reinzupacken. Weil das wird dann auch gemacht. Es wird aber permanent darauf hingewiesen, dass er damit eine große Gefahr eingeht. Dass das halt quasi alles implodieren kann im Kopf, wenn er sich da mehr als verfügbar raufpackt. Also nicht wie bei einem normalen Computer, wo es dann heißt, hier Festplatte voll, geht nicht mehr. Wird dann einfach die doppelte Menge raufgepackt. Und so ist Johnny eben von Peking nach Nuwak unterwegs, um diese Daten dahin zu bringen. Jetzt ist dieser Verein, der ihn da beauftragt hat, Pharmacom Industries, der wird von einer Yakuza unterstützt und die versuchen ihn dann zu fangen, weil da geht eine Menge schief. Und er wird dann zum sehr gesuchten Mann, weil von diesen Daten, dieser Transfer findet statt und dann geht anschließend alles hoch, weil da eine Truppe einmarschiert, die diese Menschen gesucht haben, weil das so eine Art Underground-Bewegung ist, die ihm dann diese Daten ins Gehirn gepflanzt haben. Und die Yakuza ist dann aber hinterher, ihn zu finden, bringen da alle um. Und so muss Johnny halt gucken, dass er Land gewinnt. Und die sind dann hinter ihm her. Und wir erfahren dann, dass das damit zu tun hat, dass das, was er jetzt im Kopf hat, ist quasi das Heilmittel für NAS. Er könnte also die Menschheit damit retten. Und deswegen sind die hinter ihm her. Und er will das natürlich öffentlich machen. Und dieser Pharmakonzern hat aber natürlich ein Interesse daran, damit Geld zu verdienen. Und deswegen soll das nicht einfach so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dabei hilft ihm dann so eine Underground-Bewegung. Ey, und das ist auch wieder, das ist so wie bei Demolition Man, Alter. Du hast so auf der einen Seite ist alles super classy, high class, futuristisch angehaucht. Und die Underground-Bewegung sieht dann einfach aus wie Mad Max. Bei Demolition Man haben die doch in der Kanalisation, glaube ich. Ja, genau. Und hier ist es halt auch so, die wohnen dann voll im, auf einer übelsten Müllhalde. Und alles ist halt schmutzig und verdreckt und alles notdürftig zusammengeflickt und so. Und die haben halt auch keine Klamotten mehr an, die irgendwie intakt sind und so. Egal, wie weit der Film in der Zukunft spielt, Penner bleiben Penner. Ohne Scheiß. Ja, und die wichtigste Person in diesem Penner-Umfeld ist dann Ice-T. Der spielt dann nämlich J-Bone und der hilft dann Johnny bei seinem Vorhaben. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich nur, also so neben den Hip-Hop-Filmen und neben seiner komischen Serie da, habe ich ihn, glaube ich, nur in Tank Girl gesehen, bewusst. Vor allem 95 fand ich schon auch früh. Also ich weiß nicht, ob ich... Tank Girl war ähnlich, ja. Ah ja, doch, doch. Aber da ging das schon offenbar los. Surviving the Game hat er auch gemacht. Oh ja, stimmt, ja, Surviving the Game. Den fand ich sogar nicht schlecht. Ja gut, aber pass auf, da spielen noch ein paar andere interessante Leute mit. Apropos Penner. Der Auftraggeber von Johnny wird von Udo Kiel gespielt. Ralfi. Okay. Ja. Dann gibt es so einen Typ, der irgendwann auf ihn angesetzt wird, als er es wieder zurück in die USA geschafft hat, gibt es so einen Streetpreacher, heißt die Figur. Also so einen Riesentyp, der sich irgendwie für Jesus hält und der die Leute dann auch gerne mit irgendwelchen Kruzifixen platt macht oder halt und dabei irgendwelche Bibelferse schmettert. Aber halt ein Riesentyp, weil Dolph Lundgren. Und das ist, Alter, das ist eine Figur, ey, die ist so maßlos überzeichnet, ey. Das ist schon, also es hat dadurch was sehr Lustiges, aber halt, weil du es nicht wirklich ernst nehmen kannst. Ja, natürlich gibt es auch einen Love Interest für Johnny Mnemonic. Die wird von Dina Meyer gespielt. Das war hier ihr erster Feature-Film. Sonst kennt man die ja auch echt eher so aus Serien. Also ich glaube, die war bei 90210, war die auch dabei, aber dann so Starship Troopers und Saw und so, ne? Also, ja. Und dann gibt es ja noch so eine Stimme, die immer wieder auf irgendwelchen Screens erscheint, die Johnny so ein bisschen Hinweise gibt, wo auch nicht am Anfang nicht so richtig klar ist, wo die herkommt, was mit der ist. Also so ein bisschen wie das Gewissen, was permanent auf ihn einredet. Die wird von Barbara Sukhova gespielt. Deutsche Beteiligung hier. Ja. Ich meine, die lebt ja schon lange in den USA. Aber ich mag die, ich hab die auch mal angespielt via Zoom. So, die ist echt, die ist sehr, sehr cool. Ja, und deswegen, also eine wilde Besetzung, so finde ich, irgendwie. Und Keanu Reeves hat hier eigentlich eine Menge zu spielen, aber alter Falter. Er macht's nicht. Ja, doch, aber also halt echt ohne Handbremse, Alter. Okay. Oh, das ist so witzig. Es gibt dann eine Szene, wo er sich halt so da bei den, nennen wir es jetzt mal Pennern, auf der Müllhalde, stellt er sich da auf so einen Hügel und hält halt so einen Monolog, Alter, der darin endet, dass er sagt, I want room service. Es ist, Alter, das ist wirklich so zum Fremdschämen. Das ist herrlich. Ja, also, das ist schon hart. Aber ich hatte trotzdem irgendwie meinen Spaß mit dem Film. Also es ist ganz, ich war voll hin und her gerissen. Das ist eigentlich echt ein wilder Ritt, weil die CGI ist aus der Hölle. Also klar, ne, weil 95. Aber die Prämisse und die Handlung an sich ist irgendwie cool. Also finde ich eben für so ein Sci-Fi Ding, klar, wenn man jetzt eben auch auf sowas wie Demolition Man oder sowas steht, dann hat man hier irgendwie echt seinen Spaß, finde ich. Aber es ist eben, also die Regie und alles, habe ich noch gar nicht erzählt. Robert Longo hat Regie geführt, der hat ganze neun Credits. Fünf davon sind Musikvideos, dann noch ein paar Kurzfilme und so und das ist eigentlich wirklich sein einziger Ernst zu dem Langfilm. Jetzt hat der Fuchs 2021, also letztes Jahr, offenbar den Film nochmal in Schwarz-Weiß rausgebracht. Ich habe tatsächlich irgendwie Bock, den jetzt in Schwarz-Weiß zu sehen. Die Chrome-Version. Wegen der CGI. Nein, weil er halt auch gesagt hat, das war wohl eher so eine Version, wie er sie sich vorgestellt hat. Da hat der Verleih natürlich und die Studios haben da natürlich nie mitgemacht damals. Aber der hat den wohl letztes Jahr dann nochmal in Schwarz-Weiß rausgebracht und beim Tribeca Film Festival auch gezeigt. Also irgendwie hätte ich tatsächlich Bock, den zu sehen. Aber der Film hat wirklich viele lustige Momente, natürlich meist davon sehr unfreiwillig. Release den Longo-Shot. Den Longo-Cut. Wirklich. Geschrieben hat das William Gibson. Das basiert auf einer Kurzgeschichte, die der auch selber verfasst hat. Und das ist ja eigentlich schon mal eine gute Voraussetzung. Aber der hat jetzt auch nicht allzu viel geschrieben. Ganze zehn Credits. New Rose Hotel ist noch so ein Film, den man vielleicht gesehen haben könnte. Aber alles in allem ist jetzt so, hinter der Kamera keine wahnsinnig, sind keine großen Namen zugange. Aber irgendwie hat der Film was. Der ist trotzdem irgendwie echt weird. Aber ich hatte, wie gesagt, mitunter so meinen Spaß. In den meisten Fällen halt eher so, ich habe mich drüber lustig gemacht, als jetzt, dass das eine lustige Handlung war. die ich lustig fand. Einer von denen, ja. Stupid! Ey, Alter. Mit dem Zeigefinger. Und dann auch hier wieder, ich habe, also mittlerweile kann ich mir keinen Film mehr angucken, ohne dass ich irgendeine Softpark-Referenz wiedererkenne. Schon wieder. Alter, am Ende, also das ist jetzt kein Spoiler, glaube ich, wenn dann wirklich nur ein sehr softer. Es kommt hier ein Wesen zum Einsatz, was, also Johnny wird eh, die Leute sagen ihm, du musst den und den aufsuchen. Und dann sucht er denjenigen und stellt sich raus, das ist ein Delfin. Und dann haben die da in so einem Tank einen Delfin, der halt voll vernetzt ist mit irgendwelchen Kabeln. Und der ist so das Masterbrain, Alter. Was? Ein Delfin, ja. Und es gibt halt auch eine Softpark-Episode, wo die da so drauf rumreiten, Alter, wo es eben auch so ein paar Meerestiere gibt, die dann über ihre Gehirnwellen die Welt dominieren und so. Alter, ich mich da so daran zurückerinnere, das ist so witzig. Ja, ein Delfin ist dann im Endeffekt hier für die Rettung der Welt zuständig. Alter, das ist alles so herrlich absurd. Für mich hört sich das alles nach einem Computerspiel an. So 95, PC, das habe ich, könnte ich vor meinen Augen so, wie soll ich sehen, was du gerade erzählst. Ja, total. Ursprünglich. So wie dem Up, wo einer von links nach rechts läuft und einfach den Gegner so reinlaufen und du die einfach so mit so einem Knüppel. Nee, ich glaube auch. Entgegner-Delfin. Nee, eher so ein Spiel, wo du dann auch so total banale Rätsel irgendwie lösen musst. Ja, stimmt, genau. Oder so, ja, genau. Um eine Tür aufzumachen. Also nicht so wie Aquisite Dolphin, wo man so einen Sidescroller. Kenn ich gar nicht. Für Megadrive war damals ein großer Erfolg. Gott, ich hatte kein Megadrive. Megadrive war was für Loser. Was? Alter, jetzt aber. Da gab es noch ein geiles Spiel, nämlich GoldenEye. Deswegen haben sich alle mal Megadrive von einem Kumpel ausgeliehen und wollten nicht selber Megadrive kaufen. Ey, Sonic war doch fett, Alter. Was willst du mir erzählen? Nur ein geiles Spiel auf dem Megadrive. Du meinst GoldenEgg, oder? Sonic hatten wir auch auf Nintendo und Co. hier mit Earthworm, Jim und Co. Das war unser Sonic. Nicht vergleichbar. Shining Force gab es auf dem Megadrive. Das war der Knaller. Kenn ich gar nicht. So ein Rollenspiel. Ja, freut sich selbst dabei, dass wir jetzt hier abgedriftet sind. Könnt ihr mal recherchieren, ob es davon mal ein Videospiel gab. Also es würde sich irgendwie schon anbieten. Wäre gut zu wissen. Mich hat der immer so ein bisschen dann, ich glaube, der kam zwei Jahre später raus, an Strange Days erinnert. Ey, den fand ich aber so fett. Naja, also es ist gar nicht, ich finde den Vergleich nicht so abwegig, weil da geht es ja darum, dass Träume von Leuten aufgezeichnet werden und dann mit so Selbstmord oder Morderinnerungen auf dem Schwarzmarkt gedealt wird. Ja, die Story. Fand ich auch eine supergeile Präuse. Die Story auf jeden Fall, aber die Inszenierung und der Film an sich, der war doch, also es war ja wesentlich blockbustiger. So viel teurer war der, glaube ich, gar nicht. Nicht jetzt teurer, sondern von Optik und von Bild. Also Johnny Mnemonic hat ja schon diesen Trash-Anstrich, den du gerade sagst. Also so eine Rede über I want my film service, das du mit Strange Days nicht gesehen hast. Okay, ja. Das meine ich halt. Die Inszenierung war anders. Ich weiß gar nicht, wer hat denn Regie geführt? Der ist von Bigelow. Okay, ja, siehst du. Aber dann halt vielleicht einfach bessere Regie. Denk auch. Ja, weil hier, also ursprünglich sollte das Val Kilmer machen. Und der hat dann aber abgesagt, weil er Batman Forever gemacht hat. War wahrscheinlich auch die bessere Wahl. Für wen jetzt? Na, für Val Kilmer. Ja, und Keanu Reeves Interesse konnten die erst erwecken, angeblich, indem die ihm das Drehbuch vor die Tür geschmissen haben. Da hat er es dann gefunden. So Paperboy. Der Drehbücher in Hollywood verteilt. Auf so ein Fahrrad. Einfach auf die Veränderung geschmissen. Hat das aber irgendein, hast du es vielleicht recherchiert, hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf das Casting bei Matrix, wo er auch die Hauptrolle dann hatte? Ich habe bei dem Film ein paar Mal gedacht, so hey, eigentlich ist das so eine Vorstufe zu Matrix. Genau. Ja, also würde mich nicht wundern, dass die über diesen Film auf ihn gekommen sind bei Matrix. Ja, ja, total. Ja, was auch ganz witzig ist, stand hier in den Trivia Facts, es gibt eine Stelle, wo er eben dann wieder in die USA kommt und dann muss er durch so einen Scanner durch, wie am Flughafen. Und dann siehst du natürlich auch ganz Hightech, so das Skelett und alle irgendwie Innereien und was da so drin ist. Und dann ist halt dieser Fremdkörper in seinem Kopf dieses Implantat, was er hat. Und das ist aber natürlich präpariert, sodass das von dem Computer dann gescannt wird und erkannt wird als ein Gerät, was ihm bei Legasthenie hilft. Das ist quasi, wurde er implantiert, damit er eben besser lesen kann. Witzig daran ist, dass Keanu Reeves halt tatsächlich Legastheniker ist. Ist er? Ja. Wusste ich gar nicht. Also von Tom Cruise wusste ich es, aber von ihm nicht. Krass. Ja. Ey, und dann haben die hier, gibt es da eine Stelle, wo so ein Hightech-Telefon zum Einsatz kommen soll, was irgendwie dein Auge abscannt und so. Und deswegen heißt das Ding iPhone. Mhm. Foreshadowing. In den Netflix-Untertiteln hast du aber halt iPhone mit I geschrieben. Okay. Da haben die Algorithmen wahrscheinlich ein bisschen was falsch gemacht. Oder ich weiß nicht, 95 gab es vielleicht schon irgendeinen Vorgänger. Ey, wer weiß. iPhone 0. Es ist zum Teil echt so herrlich absurd. Aber dieses, vor allem dieser Clash, also das hat ja hier auch schon so ein bisschen Cyberpunk-Anleihen. Mhm. Und eben, also auch so wie bei Tank Girl und so, wie die damals in den 90ern diese Zukunft dargestellt haben, wo es dann eben auch eine völlig runtergekommene Variante gibt, die sah halt wirklich immer gleich aus. Ja, ja. Das war auch so ähnlich wie der Horrorfilm, waren die 90ern ein ziemlich mieses Jahrzehnt, so für Sci-Fi-Filme. Da ist ganz viel Schrott rausgekommen hier. Invasion from Mars. Es gab ein paar richtig, richtig viel schwierige Filme. Aber eben das Aufkommen von dem Cyberpunk hatte halt tatsächlich zur Folge, dass die hier einen zweistelligen Millionenbetrag hergegeben haben für die Finanzierung, weil das Ding hat 26 Millionen gekostet, Leute. Deswegen jetzt, der war nicht so billig. Also auch wenn der wirklich krasse Trash-Momente hat, der war... Gage für Dölfeln und Kredite. Für Udo Kier. Ey, der war echt nicht günstig. Ja. An der Autor war dann aber, obwohl der hier halt als einzelne Person den Credit bekommen hat und da sonst niemand mitgeschrieben hat, war er wohl sehr unglücklich über diese Adaption seiner Geschichte. Und hat wohl auch drauf beharrt, dass da ganz viel drin ist, was nicht von ihm stammt. Mhm. Aber es ist kein anderer Autor gelistet. Also keine Ahnung, wie das zustande kam. Billiger Versuch, sich zu distanzieren. Ja. Alan Spizzy. Aber hast du denn noch irgendwelche Erinnerungen an das Ding? Ehrlich gesagt null. Cool. Also klar, bei dem Delfin und bei dem Skelett jetzt so, da hat so ein... Da klingelt es leicht im Hinterstübchen, aber es ist wirklich zu langer Herz, dass ich den Film da irgendwie... Ich weiß auch nicht mal, ob ich den scheiße fand. Ich kann mich echt null daran erinnern. Ich fand den damals gut. Fandst du ihn gut? Mhm. Ein paar Szenen sind aber auch nur noch hängen geblieben in so einem Shoutdown. Also ich schiebe ihn tatsächlich in die gleiche Schublade wie der Rasenmähermann und hier... Denzel Washington hat doch auch mal so ein Cyberspace-Ding da gemacht. So hießen ja nochmal. Alter. Aber stimmt. Virtual... Irgendwas mit... Virtuosity oder so. Virtuosity, ja. Ja, genau. Das war ja auch so. Das war alles so eine Welle. Das stimmt. Aber ja, es sind gute Vergleiche auf jeden Fall. Jetzt mit dem kleinen Unterschied. Also da habe ich auch so ein bisschen recherchiert. Es gibt wohl schon Fans, vor allem von diesem William Gibson und eben weil er wohl derjenige ist, der Cyberpunk auch schon in seinen Kurzgeschichten etabliert hat und dass das mit ihm und seinen Stoffen groß geworden ist und dass der halt hier so ein bisschen für vieles so den Grundstein gelegt hat. Weil du hast ja schon so ein paar Begriffe wie dieser Neuromancer und dann es gibt so auch Dinge, die hier zum Einsatz kommen, die halt schon irgendwo Maßstäbe gesetzt haben. iPhone. Zum Beispiel. Ach ja. Delfine. Ey, das Ding mit dem Delfin, Alter. Also es ist halt wirklich... Ich sehe hier, der hat der große Potenzial, was er echt verschenkt hat. Ich finde, der hat wahnsinnig gute Ansätze, eben wie so die Prämisse und die Story an sich, aber halt schlimmstes Schauspiel und eine ganz komische Art Direction irgendwie. Also rund ist das echt nicht. Aber ich konnte mir den angucken. Was hat denn Johnny Mnemonic eingespielt? Knapp über 19 Millionen. Das ist auch nicht wirklich ein Erfolg gewesen. Ja, der wird auch... Also in der Kritik wird er hart verrissen. Das war auch klar, Keanu Reeves war hier für einen Resi nominiert, für Worst Actor. Gewonnen hat Pauly Shaw. Das hat natürlich auch eine harte Konkurrenz in der Kategorie. Gewonnen hat er allerdings einen Stinker Award. Und das Schönste ist die Kategorie. Die heißt nämlich What were they thinking and why? Das ist auch schön. Das ist so herrlich, was es immer so für geile Preise gibt, wenn es irgendwie ins Negative geht. So lustig. Ja, das ist aber auch die direkte Konkurrenz zu den Resis. Hatten wir hier schon ein paar Mal. So geil. Ja, so viel zu dem Film. Also bei den Academy Awards war er nicht im Rennen, irgendwie in technischen Kategorien oder Co.? Nein, das hätte ich mich auch echt gewundert. Weil wie gesagt, die CGI ist hier schon echt wild. Ja, Johnny Mnemonic. Aber der hat ja schon so ein Man in Black Outfit an, oder? In dem Film hauptsächlich. Trägt er nicht auch so primär einen schwarzen Anzug? Habe ich irgendwie vom Cover noch im Kopf? Naja, ob der jetzt richtig schwarz ist, weiß ich nicht, aber er trägt die meiste Zeit einen Anzug. Ja, aber der sitzt lange nicht so gut wie bei Man in Black. Okay. Nee. Alter, diese Szene auf diesem Hügel, wie er da diesen Monolog hält, ey, das hat wirklich, das ist so zwischen Fremdschämen und total begeistert darüber, wie schmerzfrei der diese Szene schlecht spielt. Das wirklich ist so. Wo bleibt der neue Sample? Ja. Auf dem Hügel. Stimmt. Also gerade die Abschlussline bietet sich schon an für ein Sampleboard. I want room service. I want room service. Ja, Mann. Das ist so geil. Ey, der Film ist ab 18 freigegeben, was ich nicht so richtig verstehe. Mhm. Und wenn ihr wollt, komme ich jetzt mal zu den Zahlen. Mhm. Die sind natürlich durchwachsen. Auf IMDb ist er noch bei einer 5,6. Metascore ist bei 36. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik eine 4,1. Das sind 18 Prozent Empfehlung. Ja. Publikum ist auch nicht wahnsinnig begeistert. 2,7 von 5. Das sind gerade mal 31 Prozent. Letterboxd 2,7. Konny hört nur so Zahlen, 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 Zahlen. So, was ist das? Ja, ich habe ja schon Davids ... Hast du einen Sekretär mitgebracht? Ja, der hat mich da schon gebrieft. Aber Konny, nachdem du ja jetzt zwangsläufig richtig Englisch sprechen wirst, wenn du schon so lange in Australien musst, weißt du ja wahrscheinlich auch, dass Mnemonic tatsächlich was bedeutet, weil ich glaube, das ist im Deutschen, geht das natürlich unter, deswegen wahrscheinlich auch dieser unsägliche Beititel mit vernetzt. Aber Mnemonic ist ja eigentlich so eine Gedankenstütze, so eine Eselsbrücke. Das weiß ich tatsächlich. Kennst du nicht? Okay. Ich meine schon. Mhm. Aber wie auch immer, der Typ heißt halt so. Ja. Wer kommt das Wort eigentlich? Was? Eine Mnemonic-Eselsbrücke. Ach du Scheiße. Na, ernsthaft jetzt. Stimmt. Also warum gerade eine Eselsbrücke? Ja, du, vielleicht steht das in unserem schlauen Buch, ich weiß es nicht. Das ist ja keine Redewendung. Wir diskriminieren Esel immer. Bin ich mir nicht so sicher. Ich gucke da mal gleich nach. Wir können mal nachschlagen, aber es ist ja keine Redewendung. Sonst wäre ich auch auf die Idee gekommen, vielleicht mal da nachzuschlagen. Ich habe mich gerade gefragt, warum da Esel überhaupt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Ja, macht ja nichts. Ja, und jetzt dürft ihr raten. Dave darf anfangen. Dave darf anfangen. Und dann Conny. Ja, ich habe ja schon, ich habe eine gewisse Daseinsberechtigung für den Film bei dir schon rausgehört. Und vor allem. Hat er auf jeden Fall. Der Humor, zwar oft unfreiwillig, aber war halt da. Unterhaltungswert war also da. Ich schwanke zwischen sechs und sechseinhalb. Ursprünglich war ich bei sechseinhalb. Nach den Zahlen am Ende war ich eher bei einer sechs. Ach komm. No risk, no fun. Sechseinhalb Punkte. Mhm. Sechseinhalb. Dann guess. Ja, wir sind ja aus Erfahrung, dass man auf jeden Fall immer was anderes tippen sollte als Dave. Da bist du schon mal auf jeden Fall, das kannst du schon mal ausgrenzen. Im Ausschussverfahren kannst du seine Punkte schon mal ausklammern. Insofern ist es gut, dass ich nach ihm rate. Also nehme ich die sechs. Du Fuchs. Darf ich denn das selbe? Ja, klar. Ja, ja, klar. Oh, das wäre mies, ey. Ist schon weg. Wenn du nur was tippen darfst, was noch niemand getippt hat. Wir gehen 0.5 Schritten oder was? Genau. Ja, ich würde auch sagen sechs dann. Okay. Sechs ist richtig. Sechs ist richtig, ja. Guter Tipp mit David. Ja. Kannst du dir merken. Ja, geil. Cool. Okay, unter einer Eselsbrücke versteht man eine Gedächtnisschütze, bla bla bla, ist ja klar. Der Begriff rührt daher, dass Esel wasserscheue Tiere sind. Selbst schmale Bäche wollen sie nicht durchwarten, da sie aufgrund der spiegelnden Oberfläche nicht erkennen können, wie tief das Gewässer ist. Daher baute man für die Last Tiere einst kleine Brücken, um sich Umwege und Zeit zu sparen. Das bedeutete zunächst mehr Aufwand, aber dafür kam man letztendlich schneller ans Ziel. So verschillte es sich mit den Verstehhilfen. Wenn wir uns zu komplizierten Fakten oder Formeln beispielsweise Geschichten ausdenken, haben wir das Gelernte ruckzuck parat. Jetzt sind wir schlauer geworden. Haben wir wieder was gelernt? Ja, aber hallo, ja. I understand nothing about what you just said. Ich drück dir die auf. Hey, 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 you shut your face. If we wanna hear you talk, I will shove my arm up your ass and work your mouth like a puppet. You hear me? You hear me? Ja. Was hier, Bildungsauftrag? Wenn ihr bis heute nicht sprechen könnt, dann werdet ihr es auch nicht lernen. Hilfe. Let's get this over with before I die of cringe. Nee, nee, danke Dave, auf jeden Fall. Damit kann ich auf der nächsten Cocktailparty, wenn ich nur Liebe und Zahnstocher habe, werde ich damit ein bisschen rumprallen. Woher kommt eigentlich der Begriff Eselsbrücke? Wusstet ihr schon. Genau, wusstet ihr schon. Du musst die Leute auch aufmerksam machen, dass sie dich fragen. Du crasht einfach so eine Runde, wo vier Leute stehen und lachen und Gäste kommt dazwischen so. Fun Fact, Eselsbrücke kommt übrigens von dort. Das sind die geilsten Typen, die sich einfach irgendwie neben dich stellen und du denkst so, wer ist das? Wer ist der Typ gerade? Alter, die dann einfach so mit einsteigen und lachen, weißt du so. Das hatten wir letztens im Restaurant gehabt, da unterhalten wir uns. Irgendwie ging es darum Urlaub und einer aus der Runde meinte, USA und der Kellner hatte das halt mitbekommen und kam auf einmal angehofft. Ja, Bekanntschaft hatte letztens einen Austausch wieder in den USA und dann lief das ganz komisch. Okay. Und niemand wollte es wissen. Hatten wir im Kino auch mal, dass sich so einfach irgendwelche Leute irgendwie dazugestellt haben zu uns. Ich habe gesagt, okay, wer seid ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Haltet eure Portemonnaies fest. Ach, so hattest du damals Lee kennengelernt. Genau so war das. Ja, ich hing immer vor dem Kino rum und habe geguckt, wo ich mich dazustellen kann. Und Gäste sah so harmlos aus und habe ich gedacht, ey, da ist die Gelegenheit. Lee hat mir erstmal einen Euro in die Hand gedrückt. Ja, dann hat er gepeilt, okay, ich bin gar kein Penner. Ja, aber so kommt man auch gut ins Gespräch. Einfach mal Leuten einen Euro in die Hand drücken. Na gut. So, Dave. Mach ich mal weiter, wa? Mach mal. Mein Kumpel Conny hat mir jetzt auch wieder coolerweise Futter aus Australien mitgebracht, exklusiven Shit. und ich hatte kurz überlegt, ey, ich müsste davon was mitbringen. Dann ist mir eingefallen, hey, warte mal, bei seinem letzten oder vorletzten Besuch hat er mir auch schon was in die Hand gedrückt, was ich noch nicht geguckt hatte. Ach ja? Ja. Da muss ich, naja, sag's dir mal, ich will nicht. Und davon habe ich jetzt was geguckt, nach ein paar Jahren endlich mal. Hast du eine Vermutung? Musst du erst nach Berlin kommen, damit er das guckt. Ja. Ich habe dir jetzt Crocodile 3 mitgemacht, war es Crocodile 2 dann? Das ist ja die Meisterwerke der australischen Filmgeschichte, hast du mitgebracht. Crocodile Dundee 3, Alter. Haben wir den nicht in der Sneak Preview damals gesehen? Warst du dabei? Ja, stimmt doch. Haben wir. Den habe ich in der Sneak gesehen, wo wir immer waren. Oh fuck. Also um es schnell noch hier ins bessere Licht zu rücken, Conny hatte mir Crocodile Dundee 1 und 2 als Double Feature mitgebracht, weil bei Teil 2 gibt es exklusiv in Australien natürlich eine externe Version und die musste ich natürlich für die Sammlung auch haben. In dem mitgebracht habe ich einen Film von 1906. Oh ja. Von 1906? Ja. Achso. Ich erinnere mich. Oha. Ich weiß nicht mehr, wer hieß, aber es war auch kein Crocodile Dundee. Ich habe mich schon gefreut kurz. Prehistoric Dundee. Wie heißt denn der Film von 1906? Das ist ja wirklich ein Stumpfilm. Ja, genau. Ja, alles andere wäre auch komisch. Der Originaltitel ist der Story of the Kelly Gang. Ah, Ned Kelly. Ned Kelly. Genau. Das wurde ja vor kurzem neu verfilmt, ne? Ja, genau. Und auch nicht zu verwechseln mit The True Story of the Kelly Gang, der sich nämlich in eurem Lusthof befindet. Richtig. Den hat Dave uns in den Lusthof geschmissen. Ich wusste nicht mehr, ob ich das fahre. Du hast das. Wie er sich ja nicht erinnern kann, dass das seine Filme sind. Zufällig bringe ich da einen inhaltlich ähnlichen Film jetzt mit. Ich dachte, das ist alles so abgepasst, weil du weißt, was du in den Lusthof geschmissen hast. Ne, so schließe ich einfach einen Kreis, ne? Okay. Also letztendlich ticke ich, glaube ich, ziemlich einfach und so führt eins zum anderen. Es gibt noch einen deutschen Titel von dem Film tatsächlich, die Geschichte der Kelly-Bande, falls ihr eher deutsch unterlegt seid. Das ist ein australischer Film? Das ist eine australische Produktion, genau. Und? Nicht zu verwechseln mit die Geschichte von Kelly-Bande aus den 90ern. Wäre aber nicht schlecht jetzt. Äh, ja. Mit solchen Witz. Disagree. Agree to disagree. Immerhin. Wir wissen ja, dass Lee eher den intellektuellen Humor hat. Ja, er mag den intellektuellen Humor, ja. Deswegen finde ich Will Ferrell auch so geil. Ne, ich habe den gestern rausgepickt und dachte mir, okay, 70 Minuten geht klar, schmeiß ihn rein. Wie, 16 Minuten? Auf IMDb wird er mit 70 Minuten gelistet. Ursprünglich hatte er wohl auch eine Laufzeit zwischen 60 und 70 Minuten. Letztendlich gibt es aber nur noch 16 Minuten von dem Film, die halt über die Jahre hinweg in einzelnen Szenen und Filmrollen halt identifiziert wurden und dann zusammengestückelt wurden. Okay. Also übrig geblieben sind tatsächlich nur noch 16 Minuten von dem Film. Jetzt bringt er ja einen langen Trailer mit. Ja. Das sind eher die Fakten zum Film, die so ein bisschen das Ganze aufbauschen. Also im Kern geht es natürlich um Ned Kelly. Conny hat den Namen schon in den Ring geworfen. Ned Kelly war der berühmteste Bushranger, also ein australischer Sträfling, der von 1855 bis 1880 gelebt hatte. Und ja, einfach sehr früh schon so ein jugendlicher Krimineller war, später mit einer Gang eben auch ein paar Banken überfallen hatte. Der kam ursprünglich aus der Gegend um Melbourne, Victoria. Also Victoria ist ja Südküste. Ganz kurz, weißt du, wann der damit angefangen hat? Weil wenn der nur 25 geworden ist, ist es früh und spät ja so ein bisschen relativ. Also das erste Mal irgendwie in den Knast kam er mit 14, weil er irgendwie von einem Nachbar Vieh gestohlen hatte. Alter. Und dann wahrscheinlich halt damals in so einer Situation war, wo er dann auch nicht mehr irgendwie aus einer Geschichte rauskam. Genau, es ging aber dann halt ziemlich schnell, als er, also letztendlich war es halt krass, weil er halt auch ein paar Polizisten halt abgeknallt hatte, er und seine Gang. Und dann ging das halt wahnsinnig schnell, als sie dann irgendwann geschnappt hatten, er vor Gericht kam. Und das war wohl irgendwie, ich weiß nicht mehr wie lange, aber ich glaube unter einer halben Stunde die Gerichtsverhandlung. Okay. Tod zum Erhängen und das wurde dann auch relativ zügig vollzogen, das Urteil. Und deswegen ist er mit 25 Jahren halt schon draufgegangen. Aber ich glaube, der hat so einen Legendenstatus, oder? In Australien? Ja, auf jeden Fall. Also, aber auch negativ. Also, Proletenstatus. Also, es gibt Leute, Proleten in Australien, die mit der Australienflagge rumfahren, die haben dann auch einen Ned Kelly Sticker hinten dran oder so. Das ist halt so. So wie die Südstaatenflagge in den USA. Sind das so die Rednecks von Australien? Genau. Ah ja. Okay, krass. Okay. Aber auch eine Touristenattraktion, also für Leute, die von irgendwo kommen und dann, die sagen, oh, die kennen, also die kennen jetzt nicht, die wissen jetzt nicht, dass da jemand einen Sticker auf dem, was das eigentlich für die Australier bedeutet, sondern die finden halt die Story so cool. Also, aus Australien hat der keine große Geschichte. Ja. Dann eben halt so ein Gangster, ne? Ich glaube, was so ziemlich markant war und womit er wahrscheinlich auch ein bisschen nachhaltiger in die Geschichte hingegen, der hatte sich dann von einem dieser Bankräuber so eine eiserne Rüstung anfertigen lassen. Und hat damit dann eben Banken überfallen, um möglichst schusssicher aus dieser Geschichte herauszukommen. Alter, der hat einen Stahlhelm, Stahlrüstung, so kennt man Ned Kelly. Okay. Ach was, okay, wie geil. Und nicht nur er, sondern eben auch ein paar andere aus seiner Bande. Letztendlich wurde dann tatsächlich von einem Mitglied die Originalrüstung aus einem Museum verliehen für diesen Film. Das heißt, in diesem Film sieht man dann auch wirklich Original-Exponate aus der Zeit damals. Abgefahren. Ey, warte mal, 20 Jahre später war sein Stuff schon im Museum. Ja, ja. Krass. Und dann eben ja auch im Film. Ja, ja. Okay. Ja, weil das lag ja dann noch nicht lange zurück. Absolut. Deswegen finde ich krass, dass der da schon so einen Status hatte. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie über die Jahre dann so groß geworden ist. Vielleicht war es die erste australische Dokumentation. Kann natürlich auch sein. Ja, es war schon, ist schon, hat schon natürlich einen Spielfilm oder einen Charakter eines Spielfilms. Man sieht halt Schauspieler, man sieht natürlich die Geschichte um Ned Kelly herum. In diesen einzelnen Szenen wird schon auch gezeigt, wie er dann eben was überfällt, wie Polizisten ihn versuchen eben aufzugreifen, ihn jagen. Aber es dann halt immer wieder zu Brüchen kommt, weil diese Filmschnipsel, die gefunden wurden und wie gesagt insgesamt 16 Minuten von The Story of the Kelly Gang ausmachen, die erzählen da keine lineare Story, sondern einfach einzelne Fragmente. Hast du mal gelesen, warum es nur 16 Minuten gibt? Weil ich weiß von Australien auch viele, wie sagt man, Bezirksdokumente wurden oft in Bränden verloren. Ah ja. Es kann gut sein, dass diese Filmrolle oder sowas auch irgendwo gelagert wurde, wo dann die ganze Stadt abgefackelt ist. Kann natürlich sein. Damals wurden ja auch Filmkopien angefertigt. Man kennt es ja auch von anderen Filmen, Metropolis, glaube ich, war ja auch so ein Beispiel, wo dann irgendwo in Buenos Aires oder sowas gefunden wurde, wo dann nachträglich nochmal eine verlängerte Fassung rekonstruiert werden konnte. Hier war das auch so krass. Also irgendwie galt der jahrzehntelang als verschollen. Erst irgendwie 76, habe ich gelesen, wurde eine erste Filmrolle gefunden mit Inhalten. Ach so, krass. Dann 78 halt nochmal was Längeres, 1980 dann nochmal und ein großer Fund, den gab es dann in England. Also anscheinend haben es auch Filmrollen nach England geschafft. Genau, 2006, das war eine komplette Einzelszene und dann daraufhin hat dann das National Film and Sound Archive von Australien eben diesen Kurzfilm sozusagen draus gemacht und nochmal veröffentlicht. Und eben auch auf DVD rausgebracht, den es in Australien zu kaufen gibt. Wie bist du darauf gekommen dann? Ja, habe ich auch nochmal versucht zu reflektieren. Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, keine Ahnung. Also filmhistorisches Zeug hat mich ja auch immer irgendwie interessiert, wahrscheinlich in dem Kontext dann. Ja. Ja, klingt interessant, ey. Aber gut, mit 16 Minuten, was ist denn noch übrig von der Handlung jetzt in diesen 16 Minuten? Wie ich schon meinte, ein Überfall. Dann, was ein bisschen markanter ist, ist dann eben auch die Schießerei, wo er verletzt wird in seiner Rüstung. Und dann kurzes Ende. Man sieht aber zwischendrin auch an zwei Stellen halt Filmbrand, wo dann so abrupt eine Szene auch aufhört. Okay. Ja, man sieht halt schon, dass der viel zu leiden hatte letztendlich, der Film. Ach schon. Also letztendlich Fragmente einfach aus dieser Lebensgeschichte von Ed Kelly. Inwiefern jetzt Anfangsszenen gefehlt haben, lässt sich nicht erschließen. Was auch aufgefunden wurde, war halt so ein Programmheft von damals, wo dann eben die Filmhistoriker so ein bisschen die Intention des Films dann auch sich erschließen konnten. Mehr halt wirklich nicht. Mhm. Ja. Aber auf der DVD, und dafür habe ich mir dann eben die 70 Minuten Zeit genommen, gibt es halt verschiedene Versionen. Es gibt einmal eine unrestaurierte Version, einmal eine restaurierte Version, einfach um so ein bisschen die Körnung rauszunehmen und so weiter. Die unrestaurierte hat nochmal einen krassen Gelbstich, die restaurierte nicht. Mhm. Und dann gibt es halt zur Restaurierten einen Piano-Begleitungs-Soundtrack und dann ein bisschen experimentelleren Soundtrack. Und da gibt es halt ein paar Kommentare von Filmhistorikern, also vorzugsweise da von diesem National Film in Soundarchive. Und die halt so ein bisschen dann auch dargestellt haben, was an dem Film vielleicht auch innovativ war mit irgendwelchen Einstellungen, wo dann die Polizisten von links kamen und von rechts kamen dann eben die Räuber und das um so eine Dynamik halt herzustellen. Oder ein Aspekt, dass damals in der Stummfilmzeit aufgrund der großen Kameras in Szenen nicht wirklich in Gebäuden gedreht wurden, weil das einfach viel zu viel Platz weggenommen hat, das Equipment. Entweder haben die auf Theaterbühnen halt was aufgebaut oder irgendwo sonst draußen und haben das dann halt aus weiteren Entfernungen aufgenommen, solche in der Stellung. Ja, also wer sich für Filmhistorie interessiert, der kann hiermit definitiv was anfangen. Wenn sich jetzt jemand einen Film über die Geschichte von Ed Kelly angucken möchte, dem kann ich dann auch eher The True Story of the Kelly Gang dann empfehlen. Ja, filmhistorisch ist mir der Film auf jeden Fall ein Begriff. Da habe ich gehört von, dass das so in den Kinderschuhen schon ein legendäres Ding ist. Und glaube ich auch das erste, was man aus Australien so filmisch mitgeführt hat von den großen Filmen. Weil das ist nicht der erste Western, den gab es ja schon 1900. Aber müsste auch Kurzfilm-Western gewesen sein, oder? Ja, das ist der eine, der 15 Minuten geht. Ah ja, weil das war nämlich der erste Langfilm, der damals überhaupt weltweit produziert wurde. Langfilme waren nicht so beliebt, weil immer auch gedacht wurde, die Leute haben keine Geduld dafür. Genau, haben keine Geduld, wollen einfach was Kurzes sehen, sich kurz unterhalten. Ja, Kino war ja mehr so ein Jahrmarkt-Ding, dass die Leute kurz reingehören und 10 Minuten dann wieder raus. Ja, ja, das war ja auch technisch mit dem Wechsel der Filmrollen und so weiter gar nicht. Ja, genau. Aber hey, der hat damals wohl 2250 australische Dollar gekostet. Nee, Pfund. Hier sind die Angaben Pfund, sorry. Aber wohl... Wie viel ist das in Gigabyte? Ein Box-Office letztendlich von 25.000 Pfund gehabt. Also für damalige Verhältnisse war der dann auf jeden Fall ein ordentlicher Erfolg. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Schütteln Sie nicht, Kelly, die Hand. Wir haben hier den echten Ned Kelly im Griff weiter. Ja, geil. Ja, also mehr kann ich auch inhaltlich, will ich gar nicht inhaltlich erzählen. Wie gesagt, ist nicht viel übrig geliebt, aber aus filmhistorischer Sicht auf jeden Fall einen Blick wert. Und ja, hab umso mehr Rahmendaten natürlich mitgebracht. Ich hätte sonst noch ein paar Zahlen natürlich, wa? Habt ihr Fragen? Nee, also ich find's interessant, weil ich hab hier schon mal so einen australischen Western, der sich so um diese Bushrangers gedreht hat. Hier, The Legend of Ben Hall. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Der war okay, aber der behandelt auch so ein bisschen die Historie von Australien. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an die Rezension. Also den Film fand ich jetzt nicht so mega krass, aber... Weil der war auch zu lang, der ging irgendwie zweieinhalb Stunden. Aber das hat mich gerade ein bisschen erinnert, wo du diese Bushranger-Thematik und so angesprochen hast. Also die Geschichte Australiens, der spielt das auch mit rein. Aber The Nightingale zum Beispiel, hast du den mal gesehen? Ah ja. Conny? Wie heißt der? The Nightingale? Nein. Wann kam der raus? 2020, glaube ich, ne? Ist das nicht so ein Horrorfilm? Nee, 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 nee. Den hab ich hier auch mal vorgestellt. Also es ist so ein... Es ist ein Drama eigentlich, aber ein hartes. Da, wo es abgeht, geht's schon krass ab. Das ist ein ziemlich krasser Film. Den fand ich richtig gut. Ist es... Das war aber nicht der Film, wo dem einen beim Pflügen irgendwie die Arme abgerissen werden. Das ist ein indischer Film gewesen, der hat mit australischen Geschichte wenig zu tun. Aber hat das was mit Aboriginal? Ja, genau. Auch? Ja. Definitiv. Und halt, um eine junge Dame, die da drangsaliert wird von den englischen Kolonialisten und sowas. Ah, warte mal. Das ist ein krasser Film. Von 2020 ist das? Ja, genau. Okay, dann hab ich vielleicht einen Trailer gesehen. Ja, das ist ziemlich erfolgreich gewesen. Auch so außerhalb. War schon... So unter Filmfans, die haben viel am Ding gesehen. Den kann ich dir empfehlen. Ja. Aber The Legend of Ben Hall war gegen so. Aber jetzt... Entschuldige. Jetzt kannst du den Zahlen nicht übergehen. Ja. Ich müsste mal gucken. Ich bin hier, glaube ich... Hab was Falsches kopiert. Fällt mir gerade auf. Es gibt kaum Zahlen. Mist. Ich hab meine Werte überschrieben. Also es gibt keine Bewertung. Hier Rotten Tomatoes, Tomatometer. Und Metascore gibt's auf jeden Fall auch nicht. Ähm, aber es gibt natürlich... Ja, wahrscheinlich Letterboxd und IMDb dann, ne? Genau. Letterboxd war bei 3, irgendwas. 3,0 kann ich dir sagen, hab ich gerade aufgerufen. Ja, vielen Dank. Kann ich unterschreiben. Und IMDb hast du zufällig, bist du auch schneller als ich unterwegs? Ja, IMDb hab ich ja vor mir vorhin mit deinem Telefon da rumhambelt. Ich find das total schwer. Wie willst du nun einen Film bewerten, der eigentlich 70 Minuten lang ist? Und dann kriegst du aber nur 16 Minuten davon zu sehen. Wie soll man denn da... Vielleicht gibt's da jemanden, der den gesehen hat. Ja gut, diese 30-Minuten-Version, also diese historierte. Da hat man schon ein bisschen mehr Einblick. 6,0 hat der bei IMDb. Ja, wie viele Bewertungen, wie viele Leute haben da bewertet? 773. Ja, okay, im dreistelligen Bereich. Krass. Das ist verdammt wenig. Ja, das ist auch nicht vielleicht unbedingt repräsentativ. Wie ich schon meinte, aus filmhistorischer Gesichtspunkten her, sollte man sich das Ding auf jeden Fall mal angucken, wenn man sich dafür interessiert. Bei IMDb ist er noch mit 70 Minuten gelistet. Ja, genau, das meinte ich ja eingangs. Aber nicht viel übrig geblieben, 16 Minuten. Den haben die wenigstens wahrscheinlich dann gesehen in der Form. Ja. Ja, bleibt nur noch meine Punkte zu raten, wa? Mhm, dann machen wir das. Gäste muss anfangen. Ich muss anfangen, okay. Alter, das ist ja voll schwer. Ach was. Meinte ich doch gerade auch schon. Wie willst du das bewerten? Das sind wir halt auch schnell vorbei. Hast du einen Bruchteil von einem eigenen Film gesehen? Ich glaube, dass Dave auch Props gibt dafür, dass es damals schon Filme gab. Aber dann zieht er Punkte ab, weil es damals noch keine Blu-rays gab. Ja, oh Gott. Ich sag eine 7. Mhm. Conny ist dran. Das ist echt schwer. 6. Nee, ich glaube, es ist schon auch höher. Ich hätte auch gedacht so, ähm, vielleicht sogar 7,5. Ich sag auch 7. Die hat beide eine Punktlandung. 7 Punkte. Ist wirklich schwer. Und eigentlich, ne, daneben, wenn man einen Film nur unter diesen gekürzten Rahmenbedingungen bewerten muss. Aber, ja. Ich kenn das von mir. Also, wenn ich mir so Kurzfilme angucke, die so auf der Schneiderliste sind, die sind halt 15 Minuten vorbei. Und da geb ich auch gerne mal 8 oder 9 Punkte. Weil, weißt du, es ist schnell vorbei. Und wenn er gut gemacht ist und so, du hast keine Längen drin. Ja, aber dann hast du bei einem Kurzfilm trotzdem den vollständigen Film gesehen. Richtig, genau. Ja, ja. Bei dir finde ich das halt enorm schwierig. Definitiv. Ich hab's halt hier auch in Relation einfach gesetzt, so wie ich Filme heutzutage bewerte, wie er mich jetzt aktuell unterhalten hat. Und welche historischen Gesichtspunkte ich für mich da rausziehen konnte, so begründete sich meine Bewertung. Ja, so werd ich wahrscheinlich an Birth of the Nation rangehen, weil der steht ja auch auf der Schneiderliste und den muss ich mir irgendwann mal antun. Auch wenn das ein hochrassistischer Film ist, aber von der filmtechnischen oder von der filmhistorischen Seite soll das richtig krass sein. Insofern, früher oder später werde ich den hier bringen. Ja, zumal das ist ja, also wenn es so ein Zeugnis ist, kannst du das ja auch nicht immer mit dem heutigen Bildwinkel betrachten. Ja, klar. Aber gut, wenn der Film natürlich hochgradig rassistisch dargestellt wird, da gab's ja auch andere Zeitdokumente aus der damaligen Zeit, die das nicht gemacht haben. Insofern, also es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt so Verhaltensregeln hast oder so bestimmte Modestile oder so aus der damaligen Zeit, weißt du, dass du das nicht vergleichen kannst. Aber so politische Ansichten und so, ich meine, es gab ja auch damals liberale Leute in der Geschichte. Also, die waren ja nicht alle Rassisten, sodass ich jetzt sagen muss, ja, das war halt die Zeit damals. Nö, aber es ist trotzdem, finde ich, eine sehr große Frage vom Kontext. Ja, ja, klar. Sonst müsst ihr alles, was so eine Leni Riefenstahl jemals gemacht hat, auch komplett verurteilen. Naja, fragwürdig ist es ja im Nachhinein. Weil das ist ja, für wen sie es gemacht hat. Ja, aber das ist halt das Ding, das ist halt Auftragsarbeiten. Naja. Das ist es eben. Aus welcher Warte du das siehst? Aus der filmhistorischen Warte oder aus der moralischen Warte? Aus der moralischen Warte kann man durchaus drüber diskutieren. Okay. Jo. Ja, jetzt bleibt es politisch, weil jetzt kommen wir zu unserem gemeinsamen Film. Ja, mal was Lustiges. Ja, endlich mal wieder gute Laune, Kino. Animationsfilm. Als ich mir das gedacht habe. Ein schöner, lustiger Animationsfilm. Pixel des Grüßes. Nicht von den Disney Studios, ja. Waltz with Bashir. Aus dem Jahr 2008. Dann doch ein bisschen härtere Kost. Ja. Unsere Auftragssupporterin Isa hat mal so eine ihrer ein, zwei Filme, die sie im Jahr so uns entgegenruft, hat sie mal rausposaunt. Insofern haben wir den mal genutzt, dass wir den zu viert hier mal auseinandernehmen. Und Lee, für dich war es auch eine Erstsichtung, oder? Ja, ich kannte den noch nicht. Für mich war es auch eine Erstsichtung, aber hier unsere beiden Gäste, die kannten den schon. Also, bei mir ist es kürzer erzählt, ich habe ihn damals im Kino gesehen und dann eben gestern nochmal. Conny hat ihn, glaube ich, unter noch krasseren Rahmenbedingungen gesehen. Genau, aber ich habe den vorher wahrscheinlich als Ripper so gesehen, das erste Mal. Aber dann, 2009 muss das gewesen sein und ich glaube, ich bin nach Dresden gefahren dafür. Da hat Max Richter, der Komponist von der Musik, dann den Film vor Leinwand live gespielt. Also, mit einem Orchester. Und das war natürlich eine coole Erfahrung, das gesehen zu haben, mit dem Score. Wie haben die das mit den Dialogen gemacht? Die hatten wahrscheinlich eine A Cappella-Spur. Ja, denke ich auch. Also, die haben sich schon laut genug gedreht, dass man über die… Ich weiß nicht, wie du den Film gesehen hast, aber ich habe die mit Untertitel gesehen. Da gibt es keine Übersetzung, oder? Gibt es die noch auf Englisch? Glaube ich nicht. Nee, ja, genau. Nee, aber ihm ging es darum, die Dialoge muss man ja trotzdem hören, auch wenn man sie nicht versteht. Genau, aber das haben die einzelne Spur gehabt. Denke ich auch. Ja. Es war auf jeden Fall eine seltsame, ich erinnere mich jetzt so zurück, es war eine seltsame Erfahrung, weil du dann auf einmal Live-Musik hörst und teilweise, da sind ja diese lustigen, da sind ja so eine Beats auch drin. Und da sind ja auch tatsächlich auch historische Songs drin, Kriegssongs und so weiter. Und dann sind die vom Lautsprecher gekommen, aber dann, wenn Max Richter Musik, dann tatsächlich die Streicher und so kam, das war dann live. Lenkt das denn ab, während du den Film siehst? Das war halt ein bisschen anders, aber es ist zu lange her, um jetzt zu sagen, dass das irgendwie ablenkt. Aber dadurch, dass ich den Film schon vorher kannte, war das nur so ein Bonus. Ich kannte ja schon die Handlung, das lenkt dann nicht ab, weil du weißt ja, worum es geht. Das ist halt so ein Konzert. Aber haben die das dann auch in einer Konzerthalle gemacht? Das war in einer Konzerthalle. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich, ja, vielleicht war es auch noch nicht in Dresden. Das ist zu, ja, gut, ist ja auch Latte. Ja, genau. Nee, nee, da war es auf jeden Fall nicht. Aber es war eine Konzerthalle. Okay, mal abgefahren. Ja. Ja, der Film ist aus Israel und Regisseur, Drehbuchautor und auch die Stimme des Hauptcharakters ist von Ari Follman. Ja. Und Ari Follman hat sich ja dafür entschieden, das Ganze in Animationsform zu machen, weil er gesagt hat, als Animationsfilm kann man sich alles erlauben, man kann alles zeigen, man hat viele Freiheiten. Es ist günstiger, das Ganze zu drehen und deswegen hat er sich für diesen Animationsstil eines sehr ernsten Themas entschieden. Ja, weil es auch seine Geschichte ist, die hier erzählt wird. Genau. Also deswegen spricht er auch, die Hauptfigur, weil das seine Story ist. Das ist autobiografisch, richtig. Ja. Wer will erzählen, was hier passiert? Es würde sich ja eigentlich anbieten, dass Conny das macht, wenn du den schon so oft gesehen hast. Ja, ich meine, ich kann mal anfangen und ich darf ja keine Spoiler, ne? Also bis zu welchem Grad darf ich denn erzählen? Na, so, dass du jemanden, der den Film noch nicht gesehen hat, vielleicht nicht den Spaß nimmst oder irgendwelche Sachen vorausnimmst. Ja, also der Film geht um den Libanonkrieg 1982. Da gab es ja einige. Da gab es ja einige. Und es geht darum, dass ein Soldat quasi eine, wie sagt man, eine Vergesslichkeit hat oder ein Trauma hatte und dadurch Abschnitte seines Lebens vergessen hat. Durch diese Kriegstrauma, die er erlebt hat und er versucht halt anhand von Freunden, bei denen er auch gar nicht mehr weiß, ob die tatsächlich da waren oder nicht, halt rauszubekommen, was damals geschehen ist. Und da gibt es halt einen Trigger, wo er sich mit einem Kumpel trifft, der ihn halt darauf anspricht, dass er, glaube ich, doch selber vergesslich ist. Und dann ist es so ein Schneeball-Effekt. Und jedes Mal, wenn er jemanden trifft, einer seiner Freunde, kommt eine neue Erinnerung dazu. Und diese Erinnerungen sind natürlich auch dann dramatisch, also Kriegserlebnisse, wie er halt selber Waffen benutzt, dann auch Menschen tötet. Und das ist dann auch so, wird halt auch so dargestellt, so ein bisschen wie normal, ja, also in der Situation dort. Und ja, wie man sich halt einfach auch so Kriegsfilme vorstellt, ist halt dann irgendwie so sehr absurd, dass Menschen willkürlich erschossen werden aufgrund von, eigentlich, sage ich mal, von außen für den Soldaten unrelevanten, irrelevanten Kontext. Ja, auf Befehl halt. Ja, und das würde ich mal jetzt, ich weiß nicht, wie weit ich gehen soll, bevor ich was verrate. Da sagt mir, sagt ihr mir Bescheid? Nee, ich glaube, das ist es schon im Großen und Ganzen. Also es geht halt darum, dass Ari möchte seine Erinnerungen über diese Kontakte wieder irgendwie zusammenkriegen. Und das Ganze wird halt in Animationsform erzählt. In einem sehr starken Animationstil, wie ich finde. Also schon die Anfangsszene zeigt ja so Hunde. Die finde ich eh so geil. Diese Hunde, die so... Findest du nicht, die könnte genauso von Guy Ritchie sein? Also wenn sie nicht animiert wäre? Guy Ritchie? Voll. Weiß ich nicht. Also Guy Ritchie würde ich jetzt nicht drauf kommen, aber... Bei mir hatte das sofort so ein paar Guy Ritchie-Vibes. Echt, ja? Ja. Ja, das war stark, weil dann diese Hunde gezielt irgendwie durch die Straßen rennen und alles umreißen, so irgendwelche Cafetische und so, was denen da im Weg steht, weil die offensichtlich ein Ziel verfolgen und dann stehen die halt von der Wohnung und bellen halt einen Typen an, der oben am Fenster steht so und fletschen halt die Zähne, so ist eine richtig starke Szene und dann später wird auch klar, dass das ein Typ ist, der die Hunde, die normalerweise die Dorfbewohner gewarnt haben, wenn die sehen, da sind Soldaten irgendwie gerade am Einmarschieren und die Straßenhunde, die da rumläufen, warnen halt die Leute und er wurde halt beauftragt, diese Hunde umzubringen, damit die nicht die Einwohner warnen können, also damit die praktisch, weil er nicht in der Lage ist, Menschen zu töten. Und da haben die ihn halt beauftragt, diese Hunde zu töten und das hat dieses Trauma, was am Anfang gezeigt wurde und du weißt nicht so richtig. Ja, es ist ein Traum sogar. Es ist ein Traum. Es ist auch ein Trauma von ihm, aber die Anfangssequenz ist ein Traum, die eben dieser Freund dem Ari in einer Bar beschreibt. Richtig. Und dass er sagt, er hat jetzt seit ein paar, seit zweieinhalb Jahren oder so, sagt er, hat er diesen immer wiederkehrenden gleichen Traum, obwohl das Ereignis, was halt damit oder da der Grund für ist, über 20 Jahre zurückliegt. Ja, und der sagt ihm, besuch doch deine Kollegen von damals und besuch doch deine Freunde und dann ergründe doch das Trauma, konfrontiere dich doch direkt mit den Leuten, mit denen Ja, weil er halt, also weil dieser Freund fragt ihn dann eben so, denkst du gar nicht mehr an diese Massaker von damals? Und der sagt halt so, nee, nie. Und dann fällt ihm auf, dass er gar nichts mehr davon weiß. Und die einzige Erinnerung, die er eben daran hat, die beinhaltet noch einen anderen noch Lebenden oder den er zumindest zuordnen kann und den besucht er dann in Holland. Ja. Und dann geht eben die Reise los, dann kommt er immer von einem zum nächsten und so sammelt er seine Erinnerungen zusammen. Ja, und das, mitunter driftet das so ein bisschen in surreale Bilder ab, ist dann eben auch entsprechend musikalisch untermalt. Ja. Und ja, der Animationsstil ist ein bisschen reduziert gehalten. Ich glaub, das ist aber schon auch Absicht. Aber ich find ihn richtig gut. Ja, ich find's auch. Ich hatte so, in manchen Momenten hatte er mich wirklich so an Sin City erinnert, so mit diesen Schatten und so und mit diesen, wie der animiert worden ist. Also der hatte so ein bisschen was von, von Noir an Anleihen. An manchen, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Stil, finde ich, so wie der angeht. Ich muss natürlich stark an diesen... Flea. Flea, danke. Da mochte ich halt die Animation noch nicht bei Flea. Mhm. Das hat mich so ein bisschen gestört, dass die Animation fand ich irgendwie nicht so, die hat bei mir nicht so gezeckt, deswegen... Das find ich witzig, weil ich find, das ist kein großer Sprung. Ja, ich fand die auch. Ist sehr, ich find's ähnlich, also weil's, also einfach so das Level... Reduziert, ja. Das Detail-Level, ja, eben so ein bisschen reduziert gehalten. Weiß ich nicht. Ja, ist ja auch egal. Ja. Aber eben, ich find's immer wieder spannend, was man da so für Assoziationen zu hat. Mhm. Ja, aber es ist keine Rotoskopie, ne? Also, das ist, glaub ich, schon auch wichtig. Nee, das ist nicht. Also, ich glaub, die haben Interviews gedreht als Referenzpunkte, aber ansonsten... Die haben halt die Szenen real gedreht, komplett. Seicher. Ja. Also... Die Interviews haben die, die man hier sieht... Nee, nicht nur die Interviews, alles. Nee, stimmt, die haben den Krieg nachgestellt, Alter. Nein, die haben natürlich nicht alles real gedreht. Die haben alles real auf der Bühne gedreht, bevor die das animiert haben und haben das abgefilmt. Na gut. Ich hab mir anderthalb Stunden das Making-off angeguckt, was willst du mir erzählen? Die haben Kriegsszenen, wo sie sich hinterm Stein verstecken und so. Die haben real nachgestellt auf der Bühne. Ja, natürlich. Haben was gefilmt. Aber, das meine ich, aber die sind dafür nicht irgendwie in Libanon gefahren und haben... Weil sonst würden die mit dem Budget auch gar nicht hinkommen. Natürlich sind die nicht in Libanon zu den Schauplätzen gefahren. Das meine ich. Deswegen sag ich ja, die haben auf der Bühne nachgestellt. Als der Typ im Auto saß in Europa, wo der den besucht hat und mit denen den Joint geraucht hat, haben die das in real auf der Bühne, haben die so ein Auto dahingestellt, haben das so nachgebaut. Das meine ich, aber das fuhr ja dann auch nicht so. Deswegen, die haben halt für Referenzpunkte Sachen gedreht und die wurden dann aber animiert. Mir geht's ja auch nur drum, dass das eben nicht im Rotoskopie-Verfahren passiert ist. Nee, das nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass die das animiert haben. Ich glaube, die haben da einfach einen Filter rüberhauen. Kann das sein? Und dann einen Stop-Motion, weil die dann so ein bisschen... Nee, das wäre ja dann Rotoskopie. Das eben nicht, sondern die haben das wirklich animiert. Das ist komplett frei animiert. Auch wenn es so aussieht. Okay. Ja, das ist eine interessante Geschichte, weil es ist schon... Also es ist eine dramatische Sache, die sich damals zugetragen hat. Und ich meine, es gibt ja persönliche Bezüge von Isa und von ihrem Mann Taleb. Die ja für mich schon fast Familie sind. So gut kenne ich die. Und deswegen haben die diesen Film auch beigetragen, weil Taleb, also der Freund von Isa, war halt damals dabei. Ach, krass. Als kleiner Junge. Und der wurde halt kurz vor dieser ganzen Aktion rausgezogen da, beziehungsweise die wurden gewarnt. Und das ist schon krass, weil der hat mich da ein bisschen aufgeklärt. Wo jetzt in Beirut direkt? In Beirut, genau. Und in Beirut, in diesem großen Bezirk, wo sich da zugetragen hat, Sabra und Chattila. Das ist relativ zentral gelegen. Da ist zum Beispiel auch dieses Olympiastadion. Das zentrale Olympiastadion ist das größte Stadion in Libanon und wo sich auch die Sachen zugetragen haben. Und diese Phalangisten, das war praktisch so eine libanesische christliche Miliz, die sie da reingeschickt haben. Und die israelische Armee hat ja nichts gemacht, also was heißt nichts gemacht, sondern die haben praktisch die komplette Gegend abgesperrt. Ja. Und die, die ins Stadion geschickt worden sind, das waren ja praktisch fast die eigenen Leute. Das war eine libanesische Miliz, die da für diesen Massaker gesorgt haben. Und das Interessante daran ist, dass mittlerweile nachgewiesen ist, dass Sharon, der damals General war, der spätere Präsident von Israel, der war vor Ort gewesen. Und es wurde dann nachgewiesen, dass sie definitiv von diesen Aktionen wussten. Und also ist schon eine harte Geschichte. Ja, die müssen das ja veranlasst haben. Und deswegen finde ich den Begriff Massaker hier schon angebracht. Also das hatte für mich auch echt, also ich musste da auch an Attica denken. Ja. Weißt du, so die Leute werden einfach irgendwo reingeschickt und dann von oben rauf geballert. Also gibt es keinen Morgen. Das ist so krass. Ja und die Motivation war angeblich eine Racheaktion von einem palästinensischen General, der da getötet worden ist. Und die sind reingeschickt worden, um angeblich Rebellen zu töten, haben aber Zivilisten da komplett irgendwie in dieses Stadion geschickt und sowas. Jetzt schon echt eine harte Story ist. Und es gab in der Miliz oder in der Polizei in Beirut damals, die hatten halt Kontakte zu Libanesen, die die dann gewarnt haben. Die haben dann wirklich so Familien angerufen und haben gesagt, pass auf, da geht es gleich ab. Und das ist eine Sache von einer halben Stunde gewesen. Und da sind bestimmte libanesische Familien aus diesem Gebiet und andere, nämlich auch Taleb in diesem Moment, sind dann abgehauen. Und bevor die praktisch alles absperren konnten, bevor niemand mehr rausgekommen ist und bevor sie die Leute da rausgekarrt haben, ein paar sind auch da geblieben. Und die Palästinenser wurden halt gar nicht gewarnt, sondern wirklich nur die Libanesen. Und er gehörte zu den Familien, die praktisch da gerade nochmal davongekommen sind, weil er gewarnt worden ist von seinen Verwandten bei der Polizei. Ja, also es sah ja wirklich so aus, die haben ja auch in den Straßen, also einfach alle in dem Stadtteil, da haben die halt platt gemacht. Ja. Deswegen, ich finde auch das Ende super krass. Also, weil die Bilder schlagen dann natürlich echt ein, weil ganz am Ende, das kann man glaube ich schon verraten. Ja, das ist ein historisches Ereignis. Es springt halt dann ganz am Ende nochmal in eine Realfilmsequenz. Und das sind halt echte Bilder und das ist schon heftig. Das war für mich überhaupt einer der krassesten Momente meiner Filme. Wirkt natürlich nochmal umso krasser, weil du halt so an den Animationsstil gewöhnt bist im Verlauf des Films und dann schlägt das echt nochmal ein. Ja, das ist halt ein Massaker gewesen und ich habe mir beim Making-of auch interessant, dass die Berlinale, so ein Vorstand von der Berlinale, da waren irgendwie vier Leute im Vorstand, die die Filme auswählen. Und da hat der, wie heißt der, Ari Vollmann hat einen Anruf gekriegt von einem von diesen Berlinale-Vorständen. Und die wollten wissen, ob das gestellt ist, die Realszenen. Was? Wo er halt völlig, wo er halt so völlig beleidigt war, weißt du, wo er gesagt hat, weißt du, was die gerade gefragt haben, so. Die Berlinale hat gerade angerufen und haben gefragt, ob die Szenen echt waren am Ende, so. Ist das, von wegen so, ist das deren Ernst? Oh wow. Und war natürlich völlig, völlig konsterniert, so was die Frage sollte, so. Also gut, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch eine redaktionelle Pflicht haben, Dinge double zu checken, so. Aber das ist natürlich, also als Filmemacher ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und wenn das natürlich deine autobiografische Geschichte ist, unterruft einer und sagt, sind die Bilder echt am Ende oder sind die vielleicht aus einem anderen Krieg? Tritt in die Fresse, auf jeden Fall. Definitiv, das fand er natürlich nicht so geil. Ja, und ist auf jeden Fall ein harter, interessanter Film, der dieses Massakerhalter beleuchtet. Und ich meine, ich habe mich mit Talit drüber unterhalten und der hat mir auch gesagt, dass man das ja auch aus verschiedenen Kriegen hört, dass die Leute total in diesem Blutrausch sind, so. Dass die, wenn die dann anfangen zu massakrieren, so, dann kommen die ja nicht mehr raus, weil die haben jetzt praktisch das okay gekriegt von ihren Vorgesetzten, weißt du, geht da rein, macht, was ihr wollt. Und das war für die ein Freifahrtschein, da komplett freizudrehen und da dieses, da komplett Kinder und Frauen und so umzubringen und das ist schon echt eine harte Story. Ja, aber das ist ja schon auch das, was Conny vorhin meinte, was hier oft, also oder was im weiteren oder im ganzen Verlauf des Films eine Rolle spielt, dieses Nicht-Hinterfragen von irgendwelchen Befehlen. So dieses blinde Ausführen, völlig sinnfrei und auch eben nicht groß irgendwie drüber nachgedacht. Ja, vor allem auch die Szenen, wo die einfach vor Angst mit dem Panzerfaden einfach rumballern. Ja, so krass. Worauf schießen wir denn? Egal, schieß einfach. Genau, genau, ja. Das ist super hart. Ja, nebenbei wird eben auch gezeigt, wie diese jungen Soldaten eigentlich völlig peinungslos da ihre Mission erfüllen und gar nicht wissen, warum die eigentlich hier sind. Genau. Und das ist auch interessant, weil dieser Zeitkolorit auch gut dargestellt wird durch Songs von damals, weißt du, durch diese Liebesgeschichte von dem Soldaten, die eigentlich, man kann sagen, fast zweitrangig ist in diesem Krieg, aber die auch eingebaut worden ist. Was ich cool finde. Oder diese Disco-Szenen und so. Das ist schon auch so, wo er dann so völlig, wo er durch die Stadt halt läuft so, weißt du, und ist in seinem Film so und um ihn rum gittert das Leben weiter, weißt du, die stehen halt alle und feiern und labern und so. Und er wundert sich halt, warum eigentlich alle so leben, wie sie vorher gelebt haben und warum es keine Konsequenzen gibt von dem Scheiß, den er da vorher gesehen hat. Also das ist echt krasse, starke Momente. Auch mit dem Flughafen fand ich gut. Ja. Ja. Also, darf ich das da sehen? Ja, ja, also alle. Ja, also mit dem Flughafen, wo er in seiner Vorstellung gerade im Traum ankommt und ich kann jetzt viel noch international, kann mir Flüge angucken und kann gucken, wo ich hinfliegen kann. Aber Realität ist, wenn er die Augen aufmacht, ist es eigentlich, ist er auf einem Kriegsgebiet, wo der Flughafen komplett zerstört ist und nichts mehr geht und die Flugzeuge kaputt sind. Also, der Film hat allgemein sehr viele starke Momente, muss ich sagen. Und die Bilder setzen sich halt alle so im Laufe des Films zusammen. Genau, sehr fragmentiert. Ich finde, dass es halt so krass exemplarisch für diese Traumas steht, die er eben hat und die ganzen Verdrängungen. Deswegen, also ich bin ja echt ein großer, ich gucke echt krass gerne Antikriegsfilme und ich glaube, es ist halt immer echt schwer, mit so einem Thema irgendwie adäquat umzugehen und finde halt hier diese Wahl, das als Animationsfilm aufzuzeigen, um halt so dieses Surreale mit diesen Traumas und Verdrängungen irgendwie umzugehen. Das finde ich, haben die halt echt grandios gelöst. Und dann am Ende der harte Schwenk, also alter Schwede, ey. Ja, es war hart. Ja, aber bei dir höre ich schon raus, du fandst den offenbar sehr viel besser als Flee. Sehr viel besser, ja. Auf jeden Fall. Also, der war stark. Im Gegensatz zu Flee, weiß ich nicht. Flee hat nicht so gepunktet bei mir, aber den fand ich gut. Um jetzt mal einen Leichtmoment zu nennen, es gab ja auch diese Pornosequenz von diesem deutschen Porno. Herrlich. Und der Chefzeichner war dagegen, weil er gesagt hat, ey, der kann seiner Mutter, weißt du, das ist strengeläubiges Land, der kann seiner Mutter nicht sagen, dass er gerade diese fickenden Menschen gezeichnet hat. Die sitzt im Kino und so weiter und der muss sagen, ja, das ist aus meiner Feder gekommen, das geht nicht. Und der war halt dagegen. Und der Regisseur wiederum und der Macher, Ari Fuhlmann, war voll der große Porno-Fan. Der hat gesagt, was denn, Porno-Filme gehören doch zur Gesellschaft. Und damals war das ja groß, dass in jedem zweiten Haus da ein Videorekorder stand und das war das erste Mal, dass die Soldaten das gesehen haben. Weißt du, so ein Porno, das war für die so komplett eine neue Welt. Und da hat er gesagt, natürlich bringen wir das in den Film rein. Und war halt ein riesen Streitgespräch zwischen ihm und seinen Zeichnern. Der meinte so, was hast du dich denn so komisch? Und er so, ja, aber meine Mutter, die kommt ins Kino und die fragt, hast du das gemalt? Und dann hat er halt irgendwie, die anderen Zeichner mussten das Ganze animieren. Das heißt, er hat sich da komplett rausgehalten, damit er zumindest seiner Mutter sagen kann, Mama. Nein, hier nicht. Das war nicht meine, ich war nicht dabei und so weiter. Ich hab das nicht gezeichnet und dann war das okay, die war dann vorbereitet. Wie witzig. Und dann fehlte denen natürlich eine Synchronstimme, weil die brauchten einen Deutschen. Also hat der deutsche Produzent von dem Film diesen Porno synchronisiert, der normalerweise gar kein Schauspieler ist. Den haben sie da rangeholt, weil das der einzige Deutsche ist, der da irgendwie gerade im Griff weiter ist. Und der musste dann vors Mikrofon und musste diesen Porno-Film synchronisieren. Und in der US-Version haben sie natürlich gesagt, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wir dürfen keine Penetration zeigen und keine nackten Menschen. Da haben die denen so USA-Unterwäsche reingemalt, haben die Szenen geändert. Es gibt praktisch so, in der US-Version gibt es so Szenen, wo sie halt so Unterwäsche trägt, Reizwäsche. Er hat halt so eine USA-Unterhose an und du siehst halt, wie halt nichts eindringt. Von wegen so, okay, die wollen... Ja, aber dann siehst du da Dry-Humping. Genau, Dry-Humping. Von wegen, ja, die Amerikaner, bei denen gibt es keine Penetration. Deswegen zeigen wir das nicht. Also kriegen die jetzt keine Penetration. Und da haben die so animiert, dass du siehst, dass du drei Zentimeter vorher einfach die Unterhose irgendwie eigentlich nirgends anstehst. Also richtig Dry-Humping. Also so dumm. Aber die haben dann wirklich für den US-Markt, haben die dann diese Szenen nochmal nachbearbeitet. Das fand ich auch abgefahren. Dann wahrscheinlich auch die Szene, wo er träumt auf dem Boot, wo die Frau kommt und ihn quasi rettet. Oh, ob die verändert worden ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich meine, da würde man ja nur Brüste sehen. Ja. Keine Ahnung, ob das dann wieder okay ist. Na doch, ganz kurz war da schon mal ein Bursch im Bild. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Kann schon sein, dass die Amis da auch zu anstanden haben. Die sind ja da immer sehr streng, was Nacktheit angeht. Aber die Szene wurde auf jeden Fall komplett irgendwie geändert. Aber die haben sich dann selber darüber lustig gemacht, weißt du? Weil das so scheiße aussahm mit diesem Dry-Humping und so und dieser Amerika-Unterhose. Also die wollten dann den Amerikanern schon so ein bisschen so eine Botschaft mitteilen, so von wegen hier. Hier habt ihr eine total alberne Szene, die eigentlich vorher so gar nicht so gedacht war. Weil das ist ja kein Porno, so weißt du? So ein Porno würde sich niemand angucken. Ja. Naja. Aber der Film ist ja auch mit sämtlichen europäischen Fördergeldern entstanden. Also sieht man auch im ganzen Ding, was da dabei steht, dass eben Medienbord Berlin-Brandenburg natürlich mitgemischt hat. Und dann eben französische Fördergelder und sonst was. Also die Musik ist ja auch von einem Deutschen. Ja. Der Score. Ja, wobei Max Richter macht ja viel auch Hollywood-Scores. Hier, Art Astra ist doch eins seiner Meisterwerke. Und Leftovers hat er doch auch die Mucke gemacht. Ah ja. Ja, Leftovers. Aber ich bin ja Max Richter-Fan, da kann ich nur ein bisschen mehr dazu sagen. Und zwar Max Richter-Musik wurde damals und wie auch heute sehr gerne von Produzenten benutzt. Seine Musik wurde benutzt, um einfach ein Feeling für einen Film zu bekommen. Also die drehen den Film, dann haben die die CD und die time-sinken das erstmal mit seiner Musik. Und sehr oft haben die ihn angefragt bei Max Richter, ey, wir haben jetzt schon dein, das war der Blue Notebox, das war sein Album von, das kam glaube ich zwei Jahre vorher raus, das wurde dann für den Film benutzt. Okay. Und dann hat der Produzent gesagt, ey, wir haben hier schon ein paar Lieder von hier drauf, können wir die Lizenz kaufen quasi, um das zu benutzen. Und dann, aber bei dem Film hat er tatsächlich auch noch einige dazu, also ich glaube zwei Lieder oder so dazu komponiert, exklusiv dafür. Aber allgemein läuft es so mit Max Richter-Musik und mit vielen anderen Musikern, auch Nils Frahm und so eine typische Geoklassik. Ja, deswegen hat er ja auch viele Soundtrack-Credits, weil die da einfach Lieder von ihm verwendet haben. Na, das wird ja unterteilt, also er hat 84 als Komponist und dann eben noch ein paar Soundtrack-Credits, weil das dann eben einfach Filme sind, wo halt nur Tracks von ihm verwendet wurden. Ja, ist abgefahren. Maria Stewart hat er auch gemacht, den hast du ja doch neulich auch gehabt, ne? Ja. Ja, ich hab ihn gar nicht so auf dem Schirm, als dass er so viel gemacht hat. Ja, voll. Ey, 84 Credits, oder? Der bringt viel Album raus. Krass. Ne, also vor allem auch wirklich sämtliche Hollywood-Produktionen, der ist da schon gut unterwegs. Ja. Schön. Ja, was ich auch gar nicht wusste, was ich jetzt aber sehr spannend fand, als ich das gelesen habe, dass Ari Folman ist auch derjenige, der sich, der die Idee hatte zu dieser Serie, die mittlerweile auch in vielen Ländern adaptiert wurde. Die heißt, die ist hierzulande auf Arte zu sehen, weil es halt die französische Version ist hierzulande zu sehen, die heißt in Therapie. Ja, ja. Und es gibt aber auch, gab ja irgendwie 2008 bis 2012 irgendwie in Treatment. Und in Italien haben sie es, nee, in Spanien, äh, Argentinien, so, haben sie es mittlerweile auch adaptiert und so. Also es ist schon gut rumgekommen mit dem Ding. Ja, von der hab ich auch gehört. Ja. Hast du eigentlich The Congress gesehen? Das Ding mit Robin Wright? Ich hab den gesehen. Nee. Du hast den gesehen? Mhm. Ich fand den damals gut. Ja? Mhm. Okay. Also vor allem die Zeichnung und das Suriale. Ist das da anders gezeichnet als hier? Ja, das hat mich sehr an die 70er Jahre Animationen erinnert. Und dieses Filmstudio von diesem Ralf Bakshi, der so Herr der Ringe gemacht hatte oder Feuer und Eis und so weiter. Also ein bisschen hat mich das daran erinnert. Ja, okay. Ja. So ein bisschen märchenhaft hat er immer so animiert. Ja. Also das ist so ein Film wie Watch with Bashir, dass der natürlich auf sämtlichen Festivals alle Preise mitnimmt. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Ja, Mann. Also war er eben auch Oscar nominiert, war in Golden Globes nominiert, BAFTA nominiert, in Cannes war er nominiert, beim Europäischen Filmpreis. Also in sämtlichen Ländern hat der Filmpreise gewonnen. Ja, Mann. Ist echt krass. Das wäre auch ein krasser Realfilm, also wenn man das so umsetzen würde, kann ich mir vorstellen, dass der für die Haupt. Ja, aber ich glaube eben, gerade da ist es halt diese Gratwanderung, weil ich glaube, wenn du das mit diesem reduzierten Animationsziel machst, hast du halt eben auch noch ein bisschen mehr Spielraum. Zum einen für Interpretation, aber dann auch für, wie es bei dir ankommt. Und ich glaube, wenn du das halt real machst, ist das echt, also ausschließlich hart. Weil hier so, das hat ja auch so ein paar träumerische Momente und so, ne. Und ich weiß nicht, ob man das real, ob man diese Gratwanderung hinkriegt. Das wäre eine andere Tonalität, aber hier hat dann natürlich was Verträumtes mit dieser Freundin von ihm in dem Club, diese Sequenzen, wo ja echt die Stadt wandert und die Hunde auch so. Das real darzustellen, ist schon eine andere Nummer. Aber nur die Story und das Szenario, das wäre auf jeden Fall ein harter Film, glaube ich, der auch unter die Haut gehen würde. Ja. Aber der ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also, und man merkt halt auch, dass es so eine persönliche Geschichte halt von Taleb ist. Und Isa hat ja auch gesagt, so, den hat die auch schon oft gesehen und ist ja auch mit der Geschichte vertraut. Und kann ich, kann ich nachvollziehen. Und ich meine, man darf nicht vergessen, dass der Film von, aus, das Ganze aus Israels Seite beleuchtet. Und wenn Taleb, der auf der anderen Seite steht, weiß er, sagt, dass das, dass das schon sehr realistisch dargestellt worden ist. Und dass da, dass das wirklich ein Herzprojekt war von ihnen waren. Und auch natürlich sieht man die israelische Seite, weil es plagt ihn ja sein Gewissen, so, was damals vorgefallen ist und so. Aber, ähm, er sagt ja trotzdem, dass der Film das schon so darstellt, wie es wirklich war. Das ist halt auch nochmal interessant. Ja. Ja, cool. Wie kam er denn bei euch denn so, unterm Strich so? Lie, hab ich jetzt rausgehört, aber? Bei mir hast du nichts rausgehört. Naja, gut. Dass du ihn mehrmals gesehen hast und Conny auch. Das sagt ja schon was. Das ist ja schon eine Aussage. Ja, ich gucke nicht viele Filme mehrmals, aber den, ähm, ja, hab ich mir mehrmals eingeguckt. Also, ist das jetzt eine Frage nach Punkten schon, oder? Nee, nee, nee. Du darfst sie nicht verraten. Aber er will so ein bisschen, ja. Achso, darf ich schon vorfühlen. Er will quasi vorfühlen, wo du gelandet sein kannst. Ich kann nochmal wiederholen, was ich gesagt habe. Also, ich gucke wirklich gerne Antikriegsfilme und das ist manchmal echt schwierig, wie man halt so ein Thema umsetzt, damit es einen auch wirklich halt an den Punkten greift, wo halt, ne, das Thema auch landen soll. Und der Film hat es für mich wirklich unglaublich gemacht mit dieser reduzierten Animation, mit der Erzählweise und dann vor allem halt dem harten Umbruch am Ende zur realen Welt. Ja, das ist stark. Ja. Auf jeden Fall. Man weiß auch gar nicht die Zeitsprünge, ne, man weiß nicht, zwischen denen ja die Freunde besucht, sind es zwei Jahre, ist es eine Woche. Und ich glaube, mit so einem Realfilm würde es ein bisschen schwieriger sein. Mit diesem, ähm, animierten Film kann man es ein bisschen spielerischer machen, denke ich mal, dass es einfach offen lässt. Ja. Ja. Ja, stimmt schon. Das sagt er selber, dass er im Animationsfilm viel mehr Freiheiten hat. Also, in diese Pornoszene kannst du ja, im Realfilm kannst du es ja gar nicht so bringen. Ja. Das sind so alles Momente. Ja. Anderthalb Millionen hat er gekostet. Und ich hätte es nicht gedacht, Alter, aber der hat fast 14 Millionen eingespielt. Das ist eine ordentliche Marge. Ja, Mann. Das bei so einem Film. Aber man hat schon von dem Film gemacht. Also klar, hat die Oscar-Nominierung wahrscheinlich geholfen. Ja, ja. Also ich habe den halt damals bei den Oscars mitbekommen. Ja, ja. Irgendwie, bei World's World Basque ist vielen Leuten Begriff. Apropos, sollen wir den Titel eigentlich mal erklären? Das können wir auch mal machen, ja. Das ist eine sehr interessante Szene in dem Film. Wer will? Alle schreien hier. Und du hast es eingeleitet. Na, Bashir ist das Staatsoberhaupt, für das gekämpft wird. Und dann gibt es eine Szene, wo eine Truppe unter Beschuss ist und dann einer sich ein Maschinengewehr schnappt und auf die Straße rennt, um die Sniper zu treffen. Und da wild um sich ballert und dabei eben tanzt. Deswegen Waltz with Bashir. Auch ein toller Moment. Überhaupt auch die Szene mit dem Journalisten, wie der da langläuft, wie er gesagt hat. Und wie Superman, wie ein Superheld, lief der die Straße lang und so weiter. Und der Kameramann vor ihm, der ihm sofort... Das finde ich halt auch so cool. Das ist ja fast schon eine kindliche POV, weil er halt 19 war zu dem Zeitpunkt. Ja, klar. Denn eben manche Bilder einfach so auch noch sehr jugendlich wahrgenommen werden, schon geil. Ja, du ja auch nicht weißt, ob es sich wirklich hundertprozentig so zugetragen hat, ob das seine Ansicht in diesem Moment war. Oder ob er irgendwas heroisiert hat, wie diesen Journalisten oder so. Ja, naja, eben. Das ist schon interessant. Ja, cool. Ich fand das auch übrigens sehr spannend. Er besucht ja einen Freund, der offenbar Psychotherapeut ist oder zumindest in dem Gebiet irgendwie fit ist. Und der erklärt ihm dann was über Erinnerungen und wie lebendig Erinnerungen sind und wie die halt auch immer im Kontext anders wahrgenommen wird. Und eben beschreibt es anhand eines Beispiels. Aber das finde ich halt auch so cool, wie er mit diesen verschiedenen Etappen dann immer was dazugewinnt und andere Dinge dann auch wieder so einen bisschen anderen Kontext bekommen. Weil er halt quasi nochmal was dazugelernt hat in der Erinnerung. Das finde ich echt cool. Ja. Ist ein guter Film. Da sind wir uns offenbar einig. Finde ich auch. Toller Film. Colin, hast du irgendwas auszusetzen an dem Film? Fragen wir mal so rum. Ja, also ich glaube, wir haben auch gut besprochen. Kann man als Gegenteil auf die Schulter klopfen. Negativ eigentlich nicht, weil das, wie wir gesagt haben, der hat einfach alles ein schwieriges Thema sehr gut aufgefasst und auch richtig verfilmt. Also einfach, weder mit dem Zeigefinger, weißt du, so nicht, Freunde, weißt du, so dies moralisch, sondern wirklich toll. Ja, stimmt. Finde auch keine große Verurteilung statt. Eine Sache fällt mir noch ein, was ich etwas kindisch fand, war so ein bisschen die, da gab es diese Musik, die glaube ich auch Max Richter vielleicht produziert hat, wo wir auf dem Boot sind, da fand ich am Anfang die Musik so ein bisschen seltsam. Weil er ist ja so ein Klassik-Komponist und da wusste ich nicht, ob er jetzt versucht, irgendwie einen Popsong zu machen. So hört sich das für mich angehört. Also jemand versucht, ein Genre zu produzieren, in dem er eigentlich nicht aktiv ist. Und da habe ich gesagt, das hört sich ein bisschen komisch an. Aber ich weiß nicht, ob er dann, weil ich ja weiß, er hat den Score gemacht und wie gesagt, da sind auch andere Songs dabei. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich stimmt, mein Gefühl. Es sind ja auch so ein paar elektronische Sachen drin. Also gerade so die Anfangssequenz ist ja irgendwie elektronische Musik. Genau, genau. Und ja, da fand ich so, das passt irgendwie, also für den Film, da passt das jetzt so, weil man den Film so gesehen hat. Aber ich auch als Produzent dachte so, hm, da versucht jemand ein Genre zu musizieren, was nicht seins ist. So hört sich das an. Kam ja unharmonisch vor. Ja, so ein bisschen. Okay. Witzig. Okay. Conny hat einen Kritikpunkt gefunden. Ja. Ja, gut, aber das ist ja eine überschaubare Kritikpunkt. Auf jeden Fall. Überschaubar. Auf jeden Fall. Die ganze andere Musik macht das wieder gut. Alright. Jo. Dann Punkte raten. Nee, erstmal noch die Punkte allgemein. Ja, stimmt. Erstmal Punkte vorlesen. Die sind natürlich wahnsinnig gut. Soll ich das machen? Hau, dann stehst du los. Du, mir ist das Latte. 8,0 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 91. 8,4 von der Kritik auf Flotten Tomatoes und 4,2 vom Publikum. Letterboxd 4,0. Dann ist alles richtig gut. Das ist gut. Große an Isa nochmal. Ist auch schön, dass Classic Dave hier dabei ist, wenn wir ihren Film rezentieren. Ja, Mann. Grüße. Sehr nice. Ja. Wer darf anfangen? Diesmal du wieder, oder? Nö, warum? Das ist ja bei gemeinsamen Filmen immer offen, wer anfängt. Dann muss Dave anfangen. Fang an. Wen darf ich zuerst machen? Ich nehme mal meinen Kumpel Conny. Ich sage, Conny gibt ihm 10 Punkte. Wenn er ihn schon so oft gesehen hat. Gess ist bei einer 9. Und Lili ist... Auch bei 9. Ich tippe mal, ihr seid beide bei 9. Okay. Gess? Ach, ich ja. Nein, du würdest zu hinterher Punkte raten. Soll ich sein vorliegen? Nein, nein, nein. Nein, aber ich meine, dass Conny jetzt loslegt, ist ja Quatsch. Der ist ja nur wirklich stark im Nachteil. Okay, wer näher von den Credits ist. Was? Credits von... Nein, Alter, das ist... Guck mal, ich habe ja sowieso eine recht stabile Führung. Deswegen, ja. Ja, siehste. Also bin ich mal wieder ganz der Gönner und fange an. Wenn ich führe, werde ich auch anfangen. Gut. Ähm, pass auf. Ich sage... Ich mache es ziemlich einfach. Ihr seid alle bei 10. Mhm. So. Jetzt darfst du aber Gess. Okay, dann mache ich. Ich sage... Also Dave, das war schon nicht schlecht. Ich sage auch, du bist bei einer 9. Lee? Dave bei 9. Nee, nee, du bei einer. Ach so. Ich meine nur gerade, Dave war schon... Das hörte sich gut an, was er meinte. Ich weiß nicht, wie euphorisch Conny, was die Punktevergaben angeht, von irgendwelchen... Ja, das können wir ja alle nicht einschätzen. Deswegen war alle im Nachteil. Dave weiß es vielleicht so ein bisschen. Weiß ich nicht. Auch nicht? Wir sind eigentlich nie aus dem Kino raus. Ey, Conny, wie viele Punkte gibst du? Aber das ist ja das Schöne. Weißt du, er ist die große Unbekannte jetzt. Erst Faktor Ekel. 8 Punkte für Judith in der Liederhose, geil. Ja, es gibt ja Leute, die geben keinen Film, 10 Punkte, weißt du? Ja, ja. Ich sag mal vorsichtig eine 9,5 bei Conny. 9,5. Und Dave... Ist das eine 5 Sterne bei Letterboxd? Nee, ich sag nur 9. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Diskrepanz nach der Runde. So, jetzt darf Conny noch tippen. Ja, also ich würde euch allen auch 9. Okay. Alle von euch. Alle auf eine 9. Die sagt alle auf eine 10. Da bin ich ja mal gespannt. Ich auch, Alter. Jetzt noch mal. Darf ich als Erster verraten, weil ich angefangen hatte mit Tim oder was? Ich bin... Also ich hatte noch die Notiz nach dem Kino, da lag ich bei 9. Ich hatte die nach dem Rewatchen jetzt echt nochmal ein bisschen besser bewertet. In Relation halt zu meinem Lieblings-Antikriegsfilm aber gesetzt. Deshalb bei 9,5. 9,5 von Dave. Was fehlt denn da zu 10? Ja, ja, da fehlt wirklich nicht viel. Kommt schon vor. Echt ein Meisterwerk. Es ist ein Meisterwerk, der Film. Wenn du irgendwas als Meisterwerk betitelst, muss es eine 10 sein, finde ich. Ein 9,5 Meisterwerk. Sehr gut. All right. Wer will noch? Wie viel bist du? Also ich bin so, wie du gedacht hast. Also ich bin nicht so euphorisch. Also ich würde in der Film eine 9 geben. Oh, okay, gut. Alter, das wird teuer für mich. Noch ein bisschen abgemeldet. Ich bin auch bei einer 9. Alter, was ist denn mit euch los? Ihr seid hier so euphorisch unterwegs. Und dann ist er nur bei 9. Nur bei 9 von 10. So, ich bin bei 8,5. 8,5 bei dir. Okay. Gut, jetzt muss ich ja mal rechnen. Das wird im Moment dauern. Macht nichts. Ich glaube, ich bin relativ glimpflich hiervorgekommen. Du bist gut davongekommen, auf jeden Fall. Hätte schlimmer sein können, sagen wir mal so. Wie gesagt, das wird im Moment dauern. Ja, dann kriegen wir erstmal, das ist unsere Einigungsklingel, falls sich ein paar Leute einig sind, was die Punkte angeht. Und das haben wir hier definitiv. Aber es ist eine Empfehlung von uns allen. Das kann man hier, glaube ich, zusammenfassend sagen. Nicht nur eine Empfehlung, den Film muss man schon gesehen haben. Ja, ja, der ist krass. Auf jeden Fall. Hast du mal nachgeguckt, gegen wen er den Oscar verloren hat? Er war ja als bester fremdsprachiger Film nominiert. Das war das erste Mal, dass, glaube ich, ein Animationsfilm als bester fremdsprachiger Film nominiert hat. Genau, nicht als Animationsfilm. Nee, ich habe es nicht präsent. Weißt du es? Nee, weiß ich nicht. Aber das ist auch so ein Ding, dass der irgendwie gegen so einen harmlosen Pixar-Film verloren hätte oder so in dem Jahr. Das wäre bescheuert. Also, der hätte es echt verdient. Außer es ist wirklich ein guter Pixar-Film. Ja, dann schlag mal nach. Das würde mich mal interessieren. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Haben wir Zwischenstand, Lee? Ja, haben wir. Also, ich habe natürlich am meisten mitgenommen aus der Runde, weil ihr alle so geizig seid mit euren Punkten. Und habe 2,5 Miese aus der Runde und damit auch insgesamt. Dave hat aus der Runde 1,5 Miese mitgenommen, ist jetzt bei minus zwei. Guess hat auch 1,5 Miese mitgenommen, ist damit bei 1,5 Miesen. Und Connie hat ein nur mitgenommen jetzt aus der Runde, ist damit insgesamt bei minus zwei. Das heißt, Guess führt leicht. Alle so im halben Punkt-Rhythmus, ja? Also, gewonnen hatte damals Nokan, die Kunst des Ausklangs aus Japan. Den hat uns Filo in den Lostop geworfen. Ja, stimmt, genau. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Den haben wir auch im Topf. Oh, neben der Bader-Meinhof-Komplex, der damals nominiert war. Die Klasse aus Frankreich und Revanche aus Österreich. Boah, das war gut. Bader-Meinhof-Komplex. Schon ein geiler Film. Ja, der Bader-Meinhof-Komplex ist ein geiler Film. Das stimmt schon. Ich fand die anderen aber noch stärker. Hast du alle gesehen damals? Oder überhaupt nichts? Okay. Revanche aus Österreich. Für mich einer der stärksten österreichischen Filme überhaupt. Der war echt krass. Okay, wow. Ja. Und die Klasse auch. Da haben wir hier noch ein paar Nebenbei-Tabs abgegeben. Entschuldigung. Nee, ist doch gut. So, ich mache das mal weiter. So, genau. Guess ist dran. And here comes the end of fun. Achso, gleich. Ich bin jetzt die Spaßbremse, ja? Ja, guck mal doch mal, was du für einen Film dabei hast. Ach, kein Ernst von der Tonalität. Insofern würde ich eher nicht sagen, dass ich die Spaßbremse bin. Der ist eigentlich eher leicht von der Tonalität. Ich rede von Broadway Danny Rose aus dem Jahr 1984. Woody Allen. Richtig. Regie, Drehbuch, Hauptrolle. Besagter Herr. Und aus seiner Box habe ich mir den Film angeguckt. Wer kennt ihn? Ich habe den Filmtitel jetzt verpasst. Broadway Danny Rose. Achso. Nee, den kenne ich auch nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Du auch nicht? Sag mir nichts. Du hast ihn noch nicht gesehen, aber du weißt, von welchen Film es geht. Okay. Naja, wer schon mal einen Woody Allen-Film gesehen hat, der kennt die vertrauten Sachen, die hier vorkommen. Du siehst diese bekannte Intro in die Credits in einer bestimmten Schriftform, weißt du? Das ist immer das Gleiche. Da siehst du sofort, okay, ist das ein Woody Allen-Film? Wahrscheinlich spielt es in New York. Und es spielt in New York, das ist korrekt. Und ein paar davon sind ja lustig, ein paar davon sind sehr, sehr gelungen, aber er hat auch ein paar Filme, die ich langweilig finde oder die eher lame sind. Also es ist nicht alles geil. Und jetzt habe ich mir den angeguckt, der einen relativ guten Ruf hatte. Er hatte mal auch zwei Oscar-Nominierungen für Regie und Drehbuch. Okay. Für Woody Allen selbst, also insofern ist das einer, der schon so ein bisschen so eine Fanbase hat. Und den habe ich mir jetzt angeguckt und über den würde ich jetzt gerne mal berichten. Aus welchem Jahr? 1984. 1984. Genau. 1984 und der Film dreht sich um einen Charakter namens Danny Rose aus dem Titel und der wird gespielt von Woody Allen. Das heißt, er spielt diesmal mal jemanden, den man kennt. Irgendwie eine Persönlichkeit. Und das Interessante an dem Film ist, dass wir am Anfang in so einem Diner sitzen, halt so eine Handvoll Leute, die im Showbiz beziehungsweise am Broadway tätig sind. Künstler, Agenten und so. So wie bei Taxidriver. Man kennt das, die Taxifahrer sich in so einem Diner mal treffen und dann untereinander irgendwie palabern. Hat man hier halt so Leute aus dem Showbusiness. Und die sitzen in geselliger Runde und kommen dann irgendwann auf das Thema Danny Rose. und erzählen dann Storys aus seinem Leben, wie sie den irgendwie damals kennengelernt haben und die Geschichten, die sich um ihn ranken. Weil der Typ ist ein stadtbekannter Agent für mehr oder weniger talentierte Künstler in New York. Und der wird aber meistens sitzen gelassen, wenn diese Künstler groß werden. Das heißt, in dem Moment, wenn die halt erfolgreich werden oder wenn es heißt so, ja, warum bietest du mir jetzt diesen komischen Künstler an? Biete mir doch den an. Und dann sagt der, ja, nee, von dem habe ich mich jetzt getrennt. Oder anstatt zu sagen, der hat sich von mir getrennt. Also sprich, wenn die Leute irgendwie vielversprechend sind oder wenn die anfangen, so Engagements zu kriegen, dann lassen die den Agenten meistens sitzen und gehen dann zu einem anderen, zu einem größeren. Und er ist aber so ein Typ, der, das wird unter anderem in dieser Runde auch erzählt, dass zum Beispiel eine Geschichte, wie er einem Agenten am Broadway versucht zu verkaufen, dass der gerade so einen einbeinigen Stepptänzer hat und der ist halt die Bombe. Oder halt so einen einhändigen Jongleur. Oder halt so einen Papagei, der als Rabbi verkleidet mit einem angeklebten Bart auf die Bühne kommt und er verkauft so, als wäre es das Lustigste, was die Mensch halt jemals gesehen hat. Aber er ist so ein einbeinigen Stepptänzer, würde ich schon ganz gerne mal sehen. Mit übelsten Skills aber anscheinend so wäre es. Ach, den sieht man nicht. Es kam nicht dazu, dass man ihn gesehen hat, er versucht ihn halt nur an den Mann zu bringen, so weißt du, vor diesem Agenten. Du siehst diese ganzen Künstler nicht. Die einzige Person, die er gerade bei hat, die er verkaufen will, ist eine Dame, die irgendwie mit Gläsern so Musik macht, weißt du, die irgendwie so auf verschiedenen vollen Wassergläsern da versucht, so eine Melodie zu spielen. A la New Girl. Genau, und er sagt halt so, das ist hier, das ist hier der neue Shit. Ja, und er wird halt eher belächelt und die Agenten sagen dann, ja, bring mir nochmal den und den und das ist dann der Moment, wo er sagt, ja, nee, der ist nicht mehr bei mir, so mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Dann erzählt ein anderer Typ am Tisch, erzählt eine Story, wie er früher als Stand-Up gearbeitet hat und selber halt so im Rampenlicht stand, so auf der Bühne und dann so seine Comedy-Shows gemacht hat, aber teilweise vor Seniorenheimen aufgetreten ist, wo dann zwei 80-Jährige dann einen Herzinfarkt gekriegt haben, weil seine schlüpfrigen Witze irgendwie nicht so gut ankamen. Und das hat er dann gelassen und deswegen ist er hinter die Kulissen gegangen und fing dann an, so Künstler zu managen. Das ist so die Story. Und dann fängt einer an, am Tisch zu erzählen, wie Danny Rose den etwas in die Jahre gekommenen Sänger Luca Nova managte. Und Luca Nova ist tatsächlich das einzige Credit von einem Sänger, der wirklich so in diesem Fahrwasser genauso besetzt werden konnte, nämlich Nick Apollo-Forté. Und Nick Apollo-Forté war wirklich so eine Art Sänger, wie er hier nämlich gezeigt worden ist. Das ist nämlich, wie du dir vorstellst, so ein sehr kräftiger, stämmiger, lockiger Italo-Amerikaner. Und der schmettert dann so Songs von Dean Martin oder Frank Sinatra, also irgendwelche bekannten Songs von damals. Hier, Something Stupid oder so, singt er dann auf einer Bühne mit so einem Rüschenhemd und so, weißt du? Also sieht halt aus wie so ein Mafiosi halt so, wo die Mafiosis halt im Publikum sitzen und den beobachten. Und der hatte vor Ewigkeiten, in den 50 Jahren hatte der Mann einen Hit. Der war, wie die hier am Tisch erzählen, 15 Minuten war der in den Charts. Oder war der super erfolgreich und jeder kannte den. 15 Minuten rum. 15 Minuten rum. Dann ist er komplett irgendwie untergetaucht und jetzt hat ihn Danny Rose wieder entdeckt und versucht ihn wieder groß zu machen. Und versucht ihn an den Mann zu bringen, zu verkaufen und irgendwie Gigs für den ranzuziehen. Der hat aber alle Hände voll zu tun, weil dieser Sänger, Luca Nova, hat gerade eine Affäre mit Tina. Tina wird gespielt von Mia Farrow. Die kennen wir ja aus Woody Allen-Filmen. Und Mia Farrow ist halt so eine Italo-Amerikanerin. Damit man ihr die Italo-Amerikanerin abnimmt, trägt die auch fast die ganzen Filme wie so eine Sonnenbrille, so eine große, weißt du? Weil die hat halt so blonde, hochdopierte Haare und damit man nicht sieht, okay, das ist Mia Farrow, das sieht komisch aus, das sieht verkleidet aus, trägt sie halt so eine große Sonnenbrille und redet halt die ganze Zeit mit diesem Italo-Akzent. Und das ist die Freundin von Danny Rose. Nicht von Danny Rose, hier, von dem Sänger. Von Forte. Von Forte, richtig. Also so wie er einen bürgerlichen Namen heißt. Hier heißt er Luca Nova. Und Luca Nova ist aber verheiratet und hat Kinder. Und das ist eine Affäre. Und er schickt dieser Affäre jeden Tag eine weiße Rose. Also aufs Hotelzimmer. Und Woody Allen sagt so, Alter, das kannst du nicht machen, du bist verheiratet, was ist denn los mit dir? Ich versuche dich gerade wieder groß zu machen und du gehst hier fremd mit so einer, keine Ahnung, mit irgendeiner Braut, das ist eigentlich nicht cool, das sorgt für Stress und so. Und wenn du dann in die Presse kommst, wenn du groß bist, dann kriegst du Probleme. Und er versucht, ihnen das rauszureden. Und dann gibt es einen Auftritt, den Danny Rose für ihn organisiert hat. Und der ist richtig groß. Da hat er auch so bestimmte Agenten und bestimmte Talentsucher hat er organisiert, die zu dieser Show kommen, damit die wieder sehen, wie groß dieser Sänger ist oder wie talentiert der ist, um den mal wieder richtig groß zu machen. Und an diesem Tag ist er aber vor dieser Show, tagsüber ist er nicht auffindbar. Keiner weiß, wo dieser Entertainer gerade ist. Und dann verbündet sich Danny Rose, also der packt sich so ein bisschen zusammen mit dieser Affäre von ihm, mit Tina, um ihn zu suchen. Und dabei kommen die auf eine Hochzeit von Tinas Familie. Und diese Hochzeit, da ist auch ihr Mann am Start. Und ihr Mann ist halt ein übelster Mafiosi. Und die ganze Hochzeitsgesellschaft sind halt übelste Mafia-Typen. Das sind halt alles Kriminelle. Das sind halt so Italo-Amerikaner und alle haben irgendwie Dreck am Stecken. Er fragt dazu, ja was machen Sie beruflich? Der sagt so, ja ich mach so Zement-Geschichten. Weißt du, so. Waste Management. Ja sowas. Und das Problem ist, als die hören, dass der Typ Danny Rose heißt und der Mann von ihr hat mitbekommen, dass sie eine Affäre hat mit irgendjemandem, der ihr jeden Tag irgendeine Rose schickt, weißt du, durch seine Homies, denkt er, okay, das ist der Typ, mit dem sie eine Affäre hat. Und schon machen alle Jagd auf unseren harmlosen Manager Danny Rose. Die ganze Mafia-Gesellschaft New Yorks. Die werden dann auf ihn angesetzt. Und er ist auf der Flucht und weiß gar nicht, was er macht. Dann sagt die ganze Zeit, ich hab da nichts gemacht, ich hab da nichts gemacht. Eine lustige Verwechslungskomödie. Oh ja. Eine lustige Verwechslungskomödie. Und das ist eigentlich die Story von dem Film. Und wir haben hier eins der Filme, wo die einen in schwarz-weiß inszeniert hat. Der ist komplett in schwarz-weiß. Okay. Und der ist cool. Also wirklich einer seiner sehenswerten Filme. Klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ja. Der ist leicht. Die Grundprämisse klingt auf jeden Fall cool. Der ist witzig. Er spielt natürlich das, was er immer spielt. So diesen schnellredenden und stotternden Typen, der öfter mal das Falsche sagt, so zu den falschen Leuten. Ja, er sind ja meistens auch nie die kompetentesten Menschen, die er so spielt. Ja, ja, klar. Nicht gerade die Helden. Nee, die Helden sind es nicht. Aber trotzdem ist er ja in diesen Kreisen von diesen Künstlern, die da sitzen, ist er legendär. Und das ist ein abgefahrener Kniff. Aber er scheint ja nicht der Beste zu sein, weil sonst würden die ja bei ihm bleiben. Nee, der Beste ist es nicht. Aber er ist sowas wie Eddie the Eagle. Jeder kennt ihn. Also jeder kennt ihn, aber er ist halt nicht der Beste. Aber trotzdem ist er halt legendär. Eddie the Eagle. Ja. Und er ist der Eddie the Eagle unter den New Yorker Hollywood-Agenten. Hollywood-Agenten. Unter den New Yorker-Agenten halt so am Broadway. Und das ist ein interessanter Kniff, dass der Narrator von dem Film oder der, der dich durch den Film führt, praktisch ist nicht er selbst, sondern das ist der Typ, der gerade die Geschichte erzählt am Tisch. Einfach nur so ein Kollege von ihm. Also der noch nicht mal eine große Bindung zu ihm hat, sondern einfach diese Story von Danny Rose erzählt. Und er ist auch der Narrator durch den Film. Das ist schon ganz witzig. Okay. Und das ist nicht nur am Anfang, sondern kommt immer wieder mal. Ja. Also die Erzählstimme ist praktisch von dem Typen, der gerade die Story erzählt. Und der Film hört doch damit auf, dass sie wieder an den Tisch sitzen. Dass sie sagen, ja okay, wir sehen uns morgen und so. Cool. Also schon ganz cool. Cool. Wie lange geht das? 80 Minuten nur. Okay. Also er hat ja viele Filme gemacht, die eher so kürzer in der Natur sind. Und der geht 80 Minuten, war zweifach auskominiert und ist ein cooles Ding. Also klar, Mia Farrow als Italo-Amerikaner muss man hier abnehmen. Das war natürlich eine Zeit, wo Woody Allen mit ihr, wo die natürlich ein Paar waren. Und Woody Allen hat dann dafür gesorgt, dass sie so, dass er ihr so ihre Traumrollen auf den Leib schreibt. Das heißt, wenn die gesagt hat, so ja, ich würde gerne mal so eine New Yorker Italo-Amerikanerin spielen mit so einem frechen Mundwerk und so. Keiner würde sie besetzen in der Rolle. Aber Woody Allen hat ja dann so einen Film auf den Leib geschrieben, wo er gesagt hat, okay, hier hast du deine Rolle. Und das hat er halt öfter damals gemacht bei ihr, dass er ihr so ein bisschen die Traumrollen von ihr ermöglicht hat, in dieser Zeit, wo die halt zusammen waren. Das war halt eine ganz coole Connection für sie, mit diesem Filmemacher, die ihr zu sein. Ja, ich hoffe, es kam rüber. Also ich würde dann zu den Punkten überleiten, wenn es recht ist. Also es ist wirklich ein guter Film. Ich hatte hier Spaß. Der ist sehenswert. Also Broadway Danny Rose kann ich empfehlen. Das ist ein cooler Woody Allen. Klingt gut. Das gibt es vielleicht, da muss ich kurz mal schlucken. Da gab es eine Stelle, wo er halt die Familie besucht von dem Sänger. Und er sitzt so am Tisch und die kleine Tochter sitzt halt neben ihm. Und er sagte zu der Tochter, na, wie alt bist du denn? Ja, ich bin zwölf. Und dann fragte sie so, und, bist du schon verheiratet? Das in einem Woody Allen-Film. Meta. Also halt so in dem Moment natürlich scherzhaft, aber ich dachte so, okay. Meta-Witz. Gestern so. I think I just threw up in my mouth. Naja, nee, ich komme aus Serbien. Das ist ganz normal. Da ist man mit zwölf schon verheiratet. Mit zwölf ist man schon geschieden zweimal. Broadway Danny Rose, Punkte. IMDb 7,4. Der Film hat Meta-Score von 82. Rotten Tomatoes 100% Empfehlung. Wow. 8,1. Und 4 von 5 vom Publikum. Letterboxd gibt hier eine 3,7. Wow. Stark. Stark. Ja, ich habe das auch nicht gewusst, dass der echt so ein hoch angesehener Film ist aus seiner Filmografie. Inwiefern ist er für dich schon in die Jahre gekommen? Naja, schwarz-weiß ist halt nicht mehr so aktuell. Aber hast du trotzdem viel gedacht? Ja. Also das ist jetzt nicht so ein nackte Kanone, dass du jetzt jede Minute ein scheinendes Gelächter ausbrichst, sondern das ist halt so eine Comedy, die du auch mit deinem Opa dir angucken kannst. Weißt du, so eine eher harmloser Natur. Aber die ist schon cool. Also die begegnen dann so, die sind dann so auf der Flucht vor diesen Mafiosi und gehen dann durch so ein Maisfeld, weißt du, nee, nicht durch so ein Maisfeld, durch so ein Weizenfeld. Und da sind dann endlose Weizenfelder und dann kommen die irgendwo raus und da steht so ein Typ in so einer Superhelden-Montur steht auf einmal da, an der Kreuzung so, weißt du? Und er denkt so, Alter, what the fuck is going on? Und er sagt so, hallo, wir drehen dir gerade einen Wärmespot hier um die Ecke und so, habt ihr euch verlaufen oder was habt ihr hinzusuchen? Und dann macht er so die Maske ab und sie erkennt ihn auch so. Sie so, ja, du bist doch der Typ aus der und der Werbung und so weiter. Er so, ja, ja, genau. In der Werbung hast du mich wahrscheinlich schon gesehen. Und fängt dann an, die Tat noch mal gerne anzubaggern, weißt du, in dem Moment so. Also es ist schon auch witzig, wie dieser Superheld auf einmal dasteht, so in diesem schwarz-weiß-Mafia-Film. Der hat schon witzige Momente. Aber es ist nicht so dieses über-hilarious. Da ist der nicht. Ja, aber es klingt sehr kurzweilig, vor allem mit den 80 Minuten. Ja, kurzweilig ist der. Definitiv. Die sind schnell vorüber und das ist ein kurzweiliger, cooler Film. Okay. All right. Wer möchte? Wer muss? Conny muss anfangen. Acht? Fragt er. Okay, acht ist notiert. Ja, klingt für mich auch sehr nach acht Punkten. Also vielleicht siebenmal, aber ich glaube schon acht. Warte. 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 Warte, warte, warte. Dave muss sich ja aus Prinzip eigentlich schon wieder anders entscheiden. Ja, muss ich ja auch. Nee, weil du, also Conny und ich sind ja auch bei einer Acht, aber irgendwie fühlt sich auch ein bisschen an wie eine Acht und Halb. Also lockt bei mir die Acht und Halb. David entscheidet sich falsch. Das hast du abgefahren. Ja, das ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Ich dachte jetzt, du nimmst die siebenhalb, weil dann hättest du eine Punktlandung gehabt. Ja, siehst du. Scheiße. Sieben Komma von Versus. Ach, jetzt hätte ich es geahnt. Ja, du hast noch in Anbetracht gezogen. Siebenhalb für Bobby Daniel Rose trotzdem ist echt ein guter. Okay, fertig. Mensch, gestern hast du, also wenn jetzt nicht alles schiefläuft, hast du auf jeden Fall heute mal gegen mich gewonnen, Alter. Das wäre mal eine Premiere, aber wir haben, ach so, was wir übrigens noch erwähnen müssen, ich habe mich verzählt, weil wir haben ja in der letzten Episode gesagt, dass es zwölf Raterrunden sind. Ach so, ja. Der Monat hat aber 14, also es kann doch nochmal spannend werden. Ist noch alles drin. Wir haben doch noch zwei Runden mehr und ich habe auch die ganze Zeit zu meinem Punkte Raten geschrieben von zwölf, aber es sind nicht von zwölf, Freunde. Es sind tatsächlich 14, ich habe da zwei Supporter-Visionen unterschlagen. Okay. Produktiv ohne Ende. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, wir haben jetzt die Rate-Saison auf einen Monat verkürzt, mal testweise, um zu gucken, ob das dann besser ausgeht. Jetzt machen wir einen Sprint. Ja. Schauen wir mal, im Moment steht 3-0 für die. Conny, du musst rausreißen, das ist mein erster Sieg jetzt in diesem Monat, wenn das hält. Naja. Wieso, ich kann doch gar nicht mehr aufholen, oder? Nee, du? Nee, du nicht, aber du kannst dafür sorgen, dass du das so gut erklärst, dass ich... Du musst den Film so verwirrend für Guess rezensieren. Du musst jetzt möglichst nur Guess in die Ehre führen. Wenn er noch mehr verwirrt ist als ich, ist das okay. Für ein... Ich vermute, Lee wird dir schon einen Zehner mindestens rüberwachsen lassen, damit du einfach nur deine linke Faust einmal ausstrecken musst. Wieso? Und Guess kann da nicht mehr raten. Nee, nee, bestochen wird hier nicht, alles gut. Nee, nee, wir sind unbestechlich. Nee, zumal Guess muss ja eigentlich nur aufs Gleiche tippen wie ich, ich muss ja vorlegen. Ah, stimmt. Und dann ist das der Plan. Macht ihr das so? Taktiert ihr so? Dass ihr auch das gleiche tippt? Naja, also Guess wird jetzt nicht hingehen und anderthalb Punkte von meinem Tipp abweichen, weil er mir damit eine Chance eröffnen würde. Es wurde schon das eine oder andere Mal taktiert, tatsächlich, weil es macht ja keinen Sinn dann, was anderes zu tippen, wenn du sagst, okay, wenn du es tippst, hast gewonnen. Ihr seid trotzdem ehrenhafte Brüder. Die Ehrenbrüder. Ja, aber Conny hat ein Herzensprojekt mitgebracht, haben wir schon mitbekommen. Insofern gibt es ja etwas, worüber du gerne heute reden wolltest und warum wir ursprünglich auch gesagt haben, Dave, ich bring den mal mit, den Burschen. Genau. Und dazu kommen wir jetzt. Und dazu müssen wir sagen, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, weil wir haben in der Kino- und Trailer-Episode 4, so lange ist das her, haben wir nämlich über den Film Blue geredet. Ah ja. Und den hast du ja, da hast du ja die Kinopremiere hier in Berlin organisiert und den haben wir hier in dem Podcast rezensiert, weil wir beide ja da vor Ort waren und uns den Film im Kino angeguckt haben und da hast du ja ein bisschen moderiert und auch ein paar Leute rangezogen, die da interviewt worden sind. Zu dritt waren wir da, ne? Da waren wir zu dritt im Kino, richtig. Und jetzt haben wir den direkten, das direkte Sequel praktisch. Ja, und die Folge habe ich mir auch angeguckt damals. Die hast du dir ja angehört? Also die mit David und die Folge, wo wir den Film besprochen haben. Die beiden kenne ich. Aber das ist auch schon drei Jahre her, ne? Ja. Ja, 195 Folgen dann to go, wenn du die beiden gesehen hast. Hast du noch ein bisschen was vor dir? Ja. Ja, also ist das, also den Film, den ich mitgebracht habe, der ist auch, sage ich mal, spielt in der gleichen Kategorie. Also es geht auch wieder um, wie der Mensch den Planeten zerstört und mit, ja, ich will gar nicht über Blue jetzt nochmal zurück, also Blue habt ihr ja schon besprochen. Und der Film, den ich mitgebracht habe, der heißt Burning und der ist von 2021 und ich habe ja auch, wie ich David auch erzählt habe, warum es Sinn macht, dass ich den hier mitbringe. Ich bin Zeitzeuge von, das ist eine Dokumentation und es geht bei der Dokumentation um den sogenannten Black Summer. Und der Black Summer hat sich 2019 ereignet und es war ein Feuerball, der über das ganze Land ging quasi. Und es fing, ich glaube, es fing im Süden von New South Wales an mit Buschbränden, die sich dann entwickelt haben über das ganze Land. Nicht initiativ, wo an meinen Ort und dann über das ganze Land gegangen ist, aber an verschiedenen Orten dann gestartet ist und es sich dann auch an verschiedenen Orten dann wieder gesammelt hat und dann zum Riesenfeuerball wurde. Okay. Ja. Und ich hoffe, ihr habt es irgendwie sinnvoll erklärt. Jetzt weiß ich nicht, macht das Sinn, was ich gesagt habe? Also es war jetzt nicht ein Feuer, was im Süden gestartet ist und dann nach Norden gegangen ist, sondern es war ein Feuer im Süden, dann in der Mitte nochmal und verschiedene Städte haben dann verschiedene Feuer gehabt. Und das sind auch keine Städte, sondern, ich sage mal, das ist weitbränder. Und der Film beginnt quasi damit, wie eigentlich Buschbrände in Australien normal sind. Ja, Buschbrände ist im Sommer Australien, wie man sich das vorstellt. Viel Sonne, viel Trockenheit und dann gibt es verschiedene Auslöser zum Buschfeuer. Und das kann einerseits sein, Lightning, also ein Blitz, der irgendwo eintritt. Das kann einfach, kann auch Initiativ sein, jemand hat ein Feuer gelegt, aus Versehen, Campfire. Also es gibt immer wieder Kippe oder jemand campt in der Natur, vergisst das Feuer auszumachen oder weiß gar nicht, wie man Campfire überhaupt startet und so weiter. Und das sind natürlich dann Ereignisse, die dann was ins Rollen bringen. Das kann im Desaster enden. Oder auch Kinder spielen mit Feuer und so weiter. Da gibt es alle möglichen Geschichten, wie so ein Feuer starten kann. Ist das so an der Tagesordnung? Weil das klingt so, als wäre das sehr häufig da passiert. Ja, Busch, also Australien hat ja viel Busch. Ja. Und Tagesordnung ist ein bisschen übertrieben. Aber es kam vor. Ich war in Regionen, ich bin auch jemand, der viel reist in Australien. Und ich war in Gebieten, wo ich noch vor ein paar Jahren halt einen Busch gesehen habe, einen Wald. Und dann fragt man sich, jetzt sieht man da verbrannte Asche. Und dann fragt man, warum? Und dann sagen die Leute, die langlaufen, da haben Kinder gespielt. Die waren am Strand und haben dann ein kleines Feuer gemacht. Und die Asche ist dann nach hinten in den Eukalyptuswald geflogen und so weiter. Also gibt es auf jeden Fall. Ja, und der Film fängt, also die Dokumentation fängt quasi damit an erstmal, dass der Zuständige, ist schwer zu übersetzen, aber es ist halt der, jemand, der von der Feuerwehr in Australien dafür zuständig ist, Feuer zu bewerten. Ja, und derjenige sagt halt, Feuer sind normal, aber über die Jahre, was er gesehen hat, ist die Trockenheit so extrem geworden, dass er schon 1994 das erste Mal eine Warnung ausgerufen hat im Land, dass sich was ändern muss. Weil, wenn das so weitergeht, die Trockenheit, jeden Sommer, dann wird das in was ganz Schlimmes enden, was dann auch Jahre später passiert ist. Also wir hatten, Australien hat regelmäßig, ich bin ja auch seit 2011 erst in Australien, also vorher ist mir das auch nie so bewusst geworden, also hier in Deutschland ist ja auch weit weg, aber es gab schon vorher große Waldbrände auf jeden Fall. Und ja, und der hat quasi damals schon angefangen zu warnen und genauso wie ein Wissenschaftler, der auch in dem Film vorkommt, der war dann auch angestellt vom Government und von der Regierung als, ich weiß nicht welcher Minister das jetzt war, aber schon in die Richtung, soll es mal erforschen, wie sich das Klima in Australien weiterentwickelt und was die Auswirkungen davon wären. Und der hat auch damals gewarnt, was passieren kann, wenn es so weitergeht mit dem Klimawandel. Nun, Klimawandel ist das Schlagwort eigentlich des ganzen Films und der Klimawandel wurde in Australien von verschiedenen Regierungen einfach belächelt. Also wurde nicht ernst genommen, wurde bewertet als Hoax, als Joke und dementsprechend halt dann auch kommuniziert. Und der Grund, warum das größtenteils so gemacht wurde, ist, Australien ist ein Land, das eigentlich nichts anderes hat als Bodenschätzer. Aus Australien kommt nichts anderes als Bodenschätze, die sind größten Gasexporteure der Welt, größten Kohleexporteure der Welt und haben dann halt alles mögliche an Mineralien aus der Erde. Und dafür steht Australien. Und aus der Sicht der Regierung ist es halt schwer zu sagen, hey, wir wissen, dass Kohle der Treiber von Klimawandel ist, wir produzieren das jetzt nicht mehr. Das würde halt quasi gegen sich selbst gehen. Also die brauchen das Geld, die exportieren das, die können nicht sagen, ja, wir hören uns damit auf. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, und da geht der Trend ja jetzt auch hin, dass eigentlich Australien, dadurch, dass sie so viel Sonne haben, genau der Leader sein kann auf der Welt, auf der Erde, der zeigt, dass es eigentlich auch geht mit erneuerbaren Energien, das Schlagwort Solar. Weil die haben auch unheimlich viel Platz, unheimlich viel Sonne. Es würde eigentlich gehen. Und da sind wir jetzt auch, also jetzt mal außerhalb des Films, wir sind jetzt dort auch angekommen in Australien, wo halt der Regierungswechsel stattgefunden hat vor ein paar Monaten. Wo halt auch eine Regierung jetzt am Werkeln ist und auch den Klimawandel erkennt und auch so die Wahl gewonnen hat. Und dann jetzt zurück zu der Dokumentation, die wurde ja 2021 gedreht, wo halt auch noch die alte Regierung, die Liberals, am Werk waren. Und da auch der Prime Minister zu der Zeit, Scott Morrison, halt dort ins schlechte Licht gestellt wurde. Also Scott Morrison, jetzt mal abgesehen davon, ist ein Vollidiot. Das sieht man schon, wie er sich artikuliert, wie er sich gibt, super arrogant. Ja, also seit ich in Australien lebe, fragt man sich eigentlich so, was ist diese Regierung und welche Menschen haben diese Regierung gewählt? Also ganz große Kopfschmerzen. Und der wird halt in der Dokumentation halt mehr oder weniger zerstört, sag ich mal in Anführungsstrichen. Also immer wieder ins schlechte Licht gerückt, begründet. Und ich hatte mir die ja auch angeguckt, nachdem du gesagt hast, du würdest den halt bringen, weil mich der einfach interessiert hat. Hatte die die auch zufällig gesehen jetzt, die Doku? Nee, nee, ich wusste gar nicht, um welches dann. Ja, also es kommt schon echt schnell rüber, dass er letztendlich eigentlich nur die Puppe von der Lobby ist, die da einfach wahrscheinlich Milliarden scheffeln. Natürlich viele Jobs dahinter stecken, aber wenn man ihn halt reden hört und sieht, wie er agiert, dann checkt man, glaube ich, ziemlich schnell, dass er einfach nur der Spieler ist. Genau, es ist eine Marionette, also eine ganz klare Marionette. Und es ist ja auch, das ist also von Leuten, die das alles auf, die quasi, in Australien gibt es keine offene Presse. Es ist halt, wie man sich das in anderen Ländern vorstellt, die Presse ist kontrolliert von Murdoch. Rupert Murdoch, der kontrolliert das Fernsehen, der kontrolliert die Tageszeitungen. Was der schreibt, wird in die Köpfe der Leute gepflanzt. So ist das. Und die glauben das. Die sind komplett geblendet und glauben, was sie schreiben. Und dann ist natürlich noch der Prime Minister, der genau das Gleiche nochmal unterstützt. Und der Grund dafür ist auch, dass die Sponsoren der Parteien halt aus der Kohleindustrie kommen oder aus der Gasindustrie oder aus welcher anderen, aus allen anderen, was man sich halt vorstellen kann, was halt gegen den Klimawandel, die gegen den Klimawandel sind oder sein könnten, ja, also die sponsoren halt diese Partei mit sehr viel Geld. Und das ist halt dieser ganze Kreislauf, der ist so verzwickt, ja, dass, ja, im Endeffekt am Ende des Tages ist die Natur oder die Menschen sind halt die, die leiden, die darunter leiden müssen oder mussten. Und, naja, also das wird in der Dokumentation, wird das halt so behandelt, wie es zu diesen großen Feuern 2019 überhaupt kommen konnte. Und, ja, ähm, wie lange geht denn das? Das, weißt du, hast du das aufgeschrieben? Ja, 86 Minuten. 86 Minuten. Das geht ja. Ja, und dann, ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommen habt hier in Deutschland, diese Brände 2019, weil, wenn wir uns mal jetzt die Nachrichten angucken, oder wie euer Empfinden auch selbst ist, es brennt jeden Tag. Der Planet brennt. Der Planet brennt in allen Ländern. Heute habe ich gelesen, Frankreich brennt es, Kalifornien brennt es, Brasilien brennt es, Türkei, Spanien. Der Planet brennt, so, ja, und Australien dadurch durch die geografische Lage ist mittlerweile schon in der Situation angekommen, in der ihr hier oder auch Länder sich bald befinden werden. Also die haben diesen bekannten 1,5 Grad Überschritt, die Auswirkungen sieht man jetzt schon in Australien. Ja, gut, das hat wahrscheinlich auch noch eine Menge mit dem Ozonloch zu tun, ne? Das Ozonloch, ne, das Ozonloch ist überraschenderweise, das ist wieder zusammengekommen. Ach so, echt? Also mit dem Ozonloch hat das eigentlich gar nichts zu tun, das sind die Emissionen, die ausgestoßen werden und die Erderwärmung, das ist was es ist. Und das ist schon wieder komplett dicht, seit wann ist das so? Das weiß ich. Das ist schon mehrere Jahre, das ist immer mehr. Das ist auch gar nicht, das dachte ich auch mal, als ich nach Australien kam, Ozonloch, ihr habt doch hier diese große Aktionen. Also klar, der UV-Wert ist unheimlich stark in Australien. Das merkt man schon, ne? Ich hab das auch mal in Neuseeland, also ich war glaube ich 2005 oder so mal in Neuseeland und da, Mazel Tov, und da hab ich mir halt bei strömendem Regen einen Sonnenbrand geholt, weil die Strahlung so krass ist. Also das ist tatsächlich, es brennt, also als ich nach Australien gezogen bin, das ist, und du musst immer Sonnencreme haben. Also am Anfang, ich erinnere mich noch, ja, bitte. Ne, ich meine, das hat keine Auswirkungen auf Brände oder Temperatur insgesamt? Na, Trockenheit, ne? Ja. Also das auf jeden Fall, aber du meinst das Ozonloch? Ja, aber halt wegen der erhöhten Strahlung. Ich dachte, dass es da schon irgendwie einen Zusammenhang gibt. Ich würde sagen, also grundsätzlich, wenn Strahlung von der Sonne auf die Erde kommt und den Boden austrocknen, ja, dann hat das schon was damit zu tun. Aber das Ozonloch an sich, soviel ich weiß, ist das schon wieder repariert, zu einem bestimmten Level. Zu welchem Level kann ich dir nicht sagen, also ich bin kein Wissenschaftler, um das zu sagen. Aber, ja, es ist auf jeden Fall generell wärmer und heißer, ja. Ja, also wir hatten das, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, in Deutschland wurde schon am Anfang halt drüber berichtet, als es diese krassen Brände in Australien gab. Ja. Aber das ist dann halt schnell auch dann wieder durch andere Themen dann sozusagen überlagert worden. Man sieht es jetzt vielleicht auch ein bisschen im Ukraine-Krieg so. Da wird halt auch eher nebenbei berichtet. Ja, das ist halt im ersten Moment immer ganz groß. Ja, genau. Über ein paar Monate. Hier war es vielleicht ein paar Wochen. Und dann rückt es halt immer weiter in den Hintergrund. Genau. Und wird dann auch nicht wieder oft präsent gemacht. Also in dem Fall. Ja, wie immer mit News, ne. Also die Schlagzeile. Ich glaube, letztes Jahr war es in Kalifornien richtig krass mit den Bränden. Genau. Und das war halt auch nur sehr kurz. Ja, genau. Und es ist ja auch so für uns, wenn du liest, dass das irgendwo anders stattfindet und du nicht Teil davon bist, dann ist das auch rein und raus. Ja, weil du denkst, du hast ja dein Leben hier und da brennst du. Okay. Ja. Aber man muss einfach realisieren, dass wir jetzt in der Zeit sind. Also für mich persönlich, jetzt meine eigene Meinung, ist die Zeit, also für mich ist da nicht mehr viel, was wir retten können. Wir werden damit leben müssen. Australien lebt damit jetzt schon. Also wir hatten ja dann auch jetzt letztes Jahr, und da war ich auch, weil ich in den Norden gezogen bin, auch wieder Zeitzeuge. Wir hatten Überschwemmungen. Ja. Also das ist dann das Nächste. Dadurch, dass sich die Erde so stark erwärmt, wird mehr Feuchtigkeit gespeichert, was dann dazu führt, dass es stärkeren und längeren Regen gibt. Klar. Und das ist dann das Nächste. Und Australien befindet sich dort schon drin. Und ich glaube, ihr, ich meine, wir sind heute auch. Naja, 34, morgen 37 Grad. Also das ist passend viel. Ja. Und da sind wir bundesweit gesehen noch gut dabei, ne? Also Süddeutschland ist noch krasser. In England, oder Großbritannien, wurde heute der heißeste Tag jemals gemessen. Ach, wirklich? Ja, genau. 40 Grad irgendwie. Also wir befinden uns mittendrin, ja? Und Australien hat das halt schon 2019 mitbekommen. Und Australien ist halt auch extrem, dass es halt komplett Natur ist, ne? Also da gibt's, ähm, ich weiß nicht, du hast das, glaube ich, aufgeschrieben am Ende des Films. Genau. Können wir als Quiz auch mal machen, habe ich überlegt, so mal zu fragen, äh, wie viel Hektar ihr denkt, dort verbrannt sind. Aber ich sag's jetzt einfach, ohne diesen Quiz zu machen. Und ich glaube, es sind 52 Millionen Hektar, ähm, Fläche. Sogar ein bisschen mehr, wenn man's hochrechnet. Also die, die haben ein anderes System. Die haben da die Zahlen in, genau, in Akern angegeben. Und ein Akern sind, äh, vier Hektar, wenn ich das jetzt so, etwas über vier Hektar. Genau. Also man muss das ja mal vier nehmen. 200 Millionen, über 200 Millionen Hektar Land sind da abgebrannt. Genau. Und in Relation, äh, ne, zum Amazonas, äh, Regenwaldbrand 2019, da waren's 2,2 Millionen Akers. Und in Kalifornien 2020 waren's 4,4. Also da war dann eben in Relation dazu in Australien natürlich... Das ist ja krass, ne? Ja, und das ist schon krass, also wie das auch in der Doku natürlich dann über diese realen Aufnahmen gezeigt wird mit diesem Feuer, weil, also sind wir wirklich, keine Ahnung, hunderte Meter hoch. So wirkt das jedenfalls. Ja. Äh, und wo dann halt auch schon so, ne, erfahrene Polizisten zur Absicherung da in der Gegend echt auf einmal Schiss bekommen haben und dann selber schnell abgehauen sind, weil das sich auch so in einem Tempo verbreitet hat, das ist einfach unglaublich. Aber, also siehst du, ich hätte jetzt echt gedacht, dadurch, dass Australien schon so, äh, durch seine Geschichte schon viele Waldbrände erlebt hat, dass sie da sich irgendwie irgendwann mal drauf eingestellt haben, dass es so Frühwarnsysteme gibt oder irgendwelche Löschanlagen und sonst was und so. Wie kann das zu sowas kommen? Genau, und das ist tatsächlich so. Und, ähm, da gibt es zwei, zwei Gründe. Ein Grund ist, äh, Budgets, also das, äh, es gibt immer, äh, wenn eine neue Regierung an, 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 an den Werk kommt, die stellen Budget aus. Und die haben, ähm, alles, was mit Waldbränden zu tun hatte, gekürzt. Also die haben die Warnungen einfach ignoriert, ne, und, äh, noch dagegen haben die halt, ähm, auch nichts dagegen, dagegen gewirkt, indem die halt Leute entlassen haben. Die hätten nämlich, was sie regelmäßig machen, ist, äh, ähm, regulierte Waldbrände, indem Abschnitte, wenn es zum Brand kommt, dass ein, ein, ein Waldbrand auf den nächsten übergreifen kann, wird normalerweise eine, äh, weiß ich nicht, wie das es nennt, aber so eine Schneise reingemacht, reingemacht, dass da nicht übertreten kann. Und, klar, wir reden jetzt von, äh, was, 200 Millionen Hektar, ja, das ist, da kannst du das Schneisen bohren, wie du willst, das wäre so, so oder so rübergekommen, ja. Aber man hätte es natürlich, man hätte Städte oder Towns, ähm, beschützt. Man kann es ein bisschen eindämmen, ja. Man kann es eindämmen, genau. Aber die Walze ging ja so weit, dass richtige, ähm, Dörfer komplett ausgelöscht wurden, ja. Ja, also die Leute sind, die mussten an die Strände sich flüchten und das ist ja auch dann, ähm, mal abgesehen davon, dass die ihr Hab und Gut verloren haben, ja, ist es ja auch so, dass dann die gesundheitlichen Probleme, die damit kommen, ne, da gab es dann auch, das wird auch in der Dokumentation besprochen, wie dann halt Kinder zu früh geboren wurden, die in der Zeit, wo die Frauen schwanger waren, äh, wurden halt die Kinder früher geboren aufgrund von der Placenta, die, ähm, halt mit den ganzen Dämpfen nicht mehr klargekommen ist und dadurch geschrumpft ist, wurden die Kinder früher, vorher früher, äh, zu früh geboren. Alter. Und die mussten dann halt in diesen Brutkasten und so weiter, ähm, und, ja. Okay, was für Auswirkungen, ne? Ja, Mann, Wahnsinn. Und ich, wie gesagt, also es war ja dann so, dass, ähm, ich da auch Teil davon war, weil ich in Sydney gewohnt habe zu der Zeit und wir dann auch über Wochen lang halt in unserer, in unserer, in dem Apartment waren und, äh, wenn, äh, Rauch kommt, der Rauch findet seinen Weg in deine Wohnung und kannst du Fenster zumachen, wie du willst, der kommt da durch und, ähm, das hatte natürlich auch Auswirkungen auf uns gesundheitlich, dass wir dann halt trockene Augen hatten, ähm, zu dem Zeitpunkt dann, ähm, hab ich ein, ähm, die, wie hieß er denn, ein, ähm, ein Raumbefeuchter gekauft, ja, der, also, das war ja alles trocken, also du musst dann deine, deine Räume irgendwie befeuchten, Handtücher ausgehangen mit Wasser und so weiter und, äh, also es ging nicht nur, es war halt nicht nur in Regionen zu spüren oder zu sehen, wo du halt denkst, da, das ist halt das Nationalpark, okay, da brennt's jetzt, es ging halt übers ganze Land eigentlich und wenn man sich das, ähm, das anguckt, das Foto von dem Cover von dem, von dem Film oder der Doku, da siehst du auch, es brennt eigentlich überall, ja, es hat überall gebrannt, ähm, und jeder hat das auf irgendeine Art und Weise mitbekommen und selbst wenn es nur ein Familienmitglied von dir ist, der halt irgendwo dort gelebt hat, jeder hat das mitbekommen, ganz Australien, und, äh, das, äh, Skurrile oder Beschämende daran war auch noch, dass der Prime Minister Scott Morrison zu der Zeit, als das, ähm, als es sozusagen angefangen hat im Dezember, ist mit seiner Familie in Urlaub geflogen, der hat in Hawaii Urlaub gemacht und auf Anfrage, wo denn der Prime Minister ist, in der Krise, haben die gelogen und hat gesagt, ah nee, er ist nicht noch, der macht keinen Urlaub, der ist, ja, aber dann hat irgendein Turin vor ihnen erwischt, am Strand, wie der da liegt oder sitzt, ähm, und, ähm, macht seinen Urlaub mit der Familie und, äh, während sein, während sein Land brennt, also das muss man sich mal überlegen, das ist einfach, äh, unglaublich. War das letztes Jahr die Wahl dann eine reguläre oder ist der dann? Reguläre. Regulär. Regulär, genau. Also er hat seine Amtszeit noch zu Ende gebracht. Amtszeit zu Ende gebracht, aber dann haben, da konnten die, die konnten, die Leute konnten nicht mehr verarschen. Die haben ja, der war jetzt, glaube ich, äh, vier Jahre am Abend oder, Australien hatte mehrere Prime Minister in der Zwischenzeit, die hatten schon, die liberale Partei hatte vier Jahre, da waren drei Prime Minister, dann war Scott Morrison am Ende und dann wurde er tatsächlich wieder gewählt, ähm, und dann jetzt, jetzt wurde er abgewählt, richtig abgewählt, ähm, ja. Um jetzt mal die Brücke zu schlagen, vor allem, was du gesagt hast, dass du wieder mit dem Gedanken spielst, zurück nach Deutschland zu kommen. Ist das jetzt deine persönliche Erfahrung, also deine physischen Einschränkungen, dass du das miterlebst, die Wahl brennen, oder ist das jetzt der Hass auf die Regierung? Der Hass auf die Regierung war natürlich vorher, also wir sind ja hier, wenn wir in Deutschland, ähm, zur Schule gehen und so weiter, ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, schon relativ sehr politisch erzogen, also wir haben so ein Grundinteresse an Politik, ne, ähm, und in Australien ist das halt überhaupt nicht so. Und, ähm, also war es nicht, vielleicht habe ich jetzt das Gefühl, dass es sich jetzt so ein bisschen ändert, dadurch, durch die ganzen, ähm, Ereignisse, die dort stattgefunden haben, vielleicht hat es ja noch Klick gemacht bei einigen mehr Leuten als davor, ähm. Ja, aber das ist schon eine Mentalitätsfrage, ne? Also ich bin da bei dir, weil halt, also sowas, wenn, wenn jetzt in Frankreich Waldbrände so ein Bestandteil der Geschichte wären, Alter, da hättest du schon längst Revolution gehabt ohne Ende. Genau. Und in dem Film wird ja, da muss ich, sorry, kurz zur Doku zurück, da ist ja dann auch dieser Climate-Protest der Schüler, ne, so wie, äh, die Greta Thunberg, gab's, gab's dann so ein Pendant in Australien, dass da irgendeine Schülerin auf, äh, so ein Protest auf die Beine gebracht hat. Und das wird auch in der Doku ein bisschen besprochen, ähm, dass halt die Jugend quasi auch die sein werden, die leiden, ne? Also die, der, Scott Morrison, der stirbt in 50 Jahren wahrscheinlich, aber die Kinder, die werden darunter leiden. Also was die jetzt quasi durch ihre Ganzen angestellt haben, durch ihre Gesetze und so weiter und Korruption, also da gibt's dann ganz große, ganz viele Korruptionsskandale, wo Geld hinfließt, die aufgedeckt wurden in den letzten Jahren, ähm, sind das die, die Kinder, die werden leiden, ja? Ja, unsere Kinder werden halt die, die sein, äh, die unter dem Ganzen leiden werden. Und das wird auch nochmal in der Dokumentation klargemacht. Zurück zu deiner, zu deiner Frage. Meine persönliche Einstellung ist halt so, erstens, ähm, war ich, ähm, auch direkt betroffen von der, äh, von den Fluten, von der Überflutung, äh, im Februar dieses Jahres. Und, ähm, das war das erste Mal, dass ich quasi auch Teil bin, ein, also, ich war im Katastrophengebiet, ja? Ich war in dem Gebiet, was du dir, was du dann im Fernsehen siehst, wo Leute von den Dächern abgeholt werden und so weiter. Also ich, ich selber, unser Haus war auf dem Berg. Ähm, also wir sind nicht so, sozusagen, wir, wir waren halt quasi nur abgeschottet für zwei Wochen oder so, weil die Straßen halt überschwemmt waren, ne? Aber kein Schaden im Haus. Kein Schaden im Haus. Ähm, meine Freundin hat, sie hat ein Geschäft, äh, in der Stadt gehabt, das wurde komplett überflutet, also da hat sie ihr ganzes, wir waren noch in der Lage, etwas zu retten. Aber der ganze Laden wurde überflutet, ja, von vielen Menschen. Und dann ging es halt darum, wenn du dann dir das Desaster anguckst, ähm, wenn das Wasser weggeht, ne? Das Wasser geht auch relativ schnell weg dann. Und dann siehst du, was das hinterlassen hat, der Schlamm. Und, ähm, dass du dann auch Autos auf, hängen siehst in Bäumen und so weiter. Also alles, was du dir so, wie gesagt, aus dem Fernsehen, ne? Das ist ja immer so, du musst es erst mal selbst erlebt haben, um zu realisieren, hey, shit, es ist, du bist jetzt, es ist passiert. Es ist passiert und du bist drin. Und, ähm, das, das macht natürlich was mit dir. Und wenn ich jetzt, wieso ich jetzt einen Sohn habe, der dreieinhalb ist, dann macht das auch was mit dir, nochmal mehr, ja? Da machst du dir Gedanken, ey, ist das überhaupt noch, wo soll der groß werden, ja? Und jetzt war dann, war das natürlich die Stadt, äh, in der ich jetzt lebe, die war jetzt direkt betroffen, genauso wie Lismor noch eine andere Stadt, so ungefähr eineinhalb Stunden südlich. Bei dem war es noch schlimmer. Ähm, ja, da, ähm, ja, das sind Bilder, die bleiben einfach in dem Kopf zu denken. Also ich bin nicht traumatisiert, auf keinen Fall, weil ich bin ja so, so direkt war ich jetzt nicht betroffen. Aber wir haben Freunde, die haben alles verloren. Wir haben Freunde, die haben ihr Haus verloren. Und, ähm, die Grundstimmung war natürlich alles wieder aufbauen. Das heißt, die bauen jetzt alles wieder auf. Aber ich weiß ganz genau, du wohnst. Jetzt wird wiederkommen. Du wohnst, also Morolimba hatte 2017, 2011, 2017, 2022 Überflutungen, Überschwemmungen. Da kannst du jetzt ausrechnen, allang dieser Zahlen. Ja, die Abstände werden kürzer. Die Abstände werden kürzer und die Regen werden stärker. Also der Regen, der jetzt das letzte Mal gefallen ist, war das höchste, der Wasserpegel wird ja gemessen. Der Wasserstand war der höchste, der je gemessen wurde. In den ganzen, in den ganzen, ever. Und das heißt, wenn du in Australien am Wasser lebst, wie Morolimba ist, direkt am Tweed River, das heißt, ein, ähm, ein River, äh, Fluss, ja. Wenn der halt steigt, der Wasserpegel, durch Regen, oder auch, was dann dazukommt, sind dann Tides vom Ozean, ne, wenn ein Kingtide kommt, das heißt, das Wasser wird reingepusht, dann erhöht sich der Wasserstand halt innerhalb, ähm, des Landes, also innerhalb, äh, der Region und führt dann zu den Überschwemmungen quasi. Also das sind viele Wetterereignisse, die dann auch da mitspielen, ne. Also manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Und mit zu viel Wasser hast du Pech gehabt. Und, ähm, ja, viele Leute haben alles verloren. Bauen jetzt alles auf. Die Stimmung in der Stadt war sehr kämpferisch. Also viele haben das wieder auf, sind jetzt dabei, es aufzubauen. Meine Freundin hat jetzt schon wieder einen neuen Laden. Das haben die alles sauber gemacht und so weiter. Also es war schon Stehaufmännchen-Mentalität. Die Frage ist, äh, wir haben jetzt, äh, vor zwei, drei Wochen, äh, wieder Überschwemmungen in Sydney gehabt, die gezeigt haben, ähm, ähm, ich glaub, Kempten war das, viermal in einem Jahr haben die alles verloren. Alter. Viermal in einem Jahr. Wie lange, wie lange willst du als Person, bist du geduldig und baust das wieder auf? Wie lange bekommst du Geld dafür? Das ist ja eine andere Sache. Wie lange zahlt deine Versicherung das noch? Die Versicherung, die kannst du gar nichts mehr versichern, weil die wissen ganz genau, in der Region wird's regnen, was soll ich denn Haus versichern, wenn ich weiß, äh, es wird sowieso passieren. Also. Ich mein, jetzt überleg mal, hierzulande hat sicher diese krasse Überzeugung Überschwemmungen gerade gejährt und da wird jetzt noch drüber gesprochen, ne? Weil's halt so unüblich ist. Im negativen Sinne. Ja, aber eben. Und du musst halt genau das, ich war ja auch, ich hab das ja auch gesehen im Ahrteil, was da passiert ist, genau das war sowas auch. Nicht die starke, ähm, Flut, dass alle Leute mitgerissen werden, das nicht. Also es war quasi, ähm, Wasserpegel, der steigt, ja. Aber als das Wasser weg war, original, Kühlschränke überall, Autos, äh, Industriegeräte irgendwo, ja. Ja, also, und du musst ja auch denken, äh, der, die Natur ist immer der, der am meisten, die am meisten leitet, weil das ist dann, wenn Tankstellen überflutet, was weiß ich, was da alles in das Wasser, äh, in den, in den, in den Ozean gegangen ist, ja. Und das war dann auch so, dass ich dann, warum wohnt man in Australien? In Australien wohnt man, weil man das, die Natur liebt, den Ozean liebt und halt, ja, allgemein Natur, lass mal so zusammenfassen. Wenn du die Natur nicht mal nutzen kannst, was machst du da, ja? Okay, also das heißt, diese Unbeständigkeit ist schon auch hauptausschlaggebend, warum du überlegst, zurückzukommen. Genau, genau, genau. Ich sag jetzt nicht, dass Deutschland jetzt, das wird auch hier ankommen. Ja, ja, klar, ja. Auf irgendeine Art und Weise, Stürme, Tornados, wer weiß was. Ist ja schon angekommen, nur nicht in der Heftigkeit, wie es jetzt halt in Australien immer wieder und immer häufiger passiert, ja. Ja, aber eben so gesehen hast du fast keinen Ort auf der Welt, wo du wirklich safe bist vor solchen Geschichten. So sieht es aus. Und Australien ist halt jetzt, wo es anfängt, ne? Aber es ist halt, wie du schon meintest, das Verrückte ist ja, der Mensch muss es in der Regel halt selber leider miterlebt haben, um es halt überhaupt zu realisieren. Und halt auch in dem Film, ne, da werden ja auch Leute interviewt, eher vielleicht einfachere Menschen, die sich über sowas halt nicht im Vorfeld Gedanken gemacht haben. Da gab es ja eine Szene, ich glaube, die haben die hier auch in Medien halt immer wieder gezeigt, wo dann eine, eine, den Handschlag gegenüber dem Scott Morrison, dem Premierminister verweigert hatte. Die haben sie ja auch interviewt. Ja. Und wo man das an halt dieser Persönlichkeiten gesehen hat. Okay, das ist eben auch bei anderen Menschen natürlich aufgrund ihrer Leidenssituation jetzt angekommen. Genau. Dass sich was verändern muss. Aber auch die Szene, was besonders eine Szene ist, ist, sie verweigert den Handschlag und er nimmt ihre Hand und schlägt ein. Ja. Also, das ist super disrespektvoll. Und das ging ja, wenn du das auch schon hier so gesehen hast. Also, ganz krass, ganz krass, was da quasi abging. Und jetzt kann man nur hoffen, mit der neuen Regierung, wo auch viele überraschend viele Grüne gewählt wurden. Also, Australien ist sehr vergleichbar mit der, mit dem amerikanischen Parteisystem. Also, eigentlich nur zwei Parteien. Okay. Zwei Parteien. Aber jetzt wurden viele Grüne und auch Independents gewählt. Und die Independents haben sich zusammengeschlossen und sind halt pro Klima. Und da wird jetzt auf jeden Fall was passieren, auch in dem Land. Zu welchem Degree? Das ist ein Fragezeichen. Aber es kriegt erstmal viel versprechender als vorher. Auf jeden Fall. Und das Ding ist halt einfach, wenn in den 90ern, wenn man sich mal ein bisschen mit Internet erforscht, das wurde auch schon in den 80ern und 70ern gewarnt, wo wir jetzt gerade, wo wir uns befinden, ja. Es wurde halt nur belächelt. Ja, klar. Aber nicht ernst genommen. Und wenn das in den 90ern halt quasi schon offiziell an die Regierung geführt wurde von Spezialisten und die das ignoriert haben, also, der Zug ist abgefahren. Ja, aber es hieß schon damals wirklich, dass so Länder wie Holland oder eben auch Australien irgendwann halt unter Wasser sind. Na, ich meine, im Pazifik geht es da schon los. Der Pazifik wird in den nächsten 20, 30 Jahren, alle Menschen, die dort leben, gibt Pläne jetzt schon, die kommen nach Australien, aber die werden einfach woanders hingebracht. Die ganzen Inselgruppen und so sollen entgekert werden, ja. Klimaflüchtlinge. Das sind die ersten Klimaflüchtlinge, die wir haben werden. Und alles mal von dem, was ich gerade sage, da kommt ja noch dieses ganze Plastik, Müll. Also, wir Menschen haben so viele Probleme, das ist nur eins. Das ist nur eins. Ja, deswegen auch mit der neuen Regierung, ey, wo fängst du da an? Genau. Also, weil du musst ja einerseits, klar, musst du dafür sorgen, dass das Klima auf lange Sicht besser wird, aber da musst du ja auch kurz- oder mittelfristig gucken, wie verhindern wir, dass die Leute, dass denen immer das Haus weggespült wird durch irgendwelche Überschwemmungen. Das, und jetzt, wir haben ja auch die Elektrizitätspreisprobleme, genauso wie, da wurden auch, auch nur, weil, dass die Regierung beschlossen hat, die ganze Energie zu exportieren. Die Regierung, 100 Prozent wird exportiert und die müssen das selber wieder einkaufen. Ja. Also, es ist unvorstellbar, dass sie Eigenstrom verkaufen und dann müssen die ja zu Marktpreisen, von der jetzt international ist, das wieder einkaufen. Ja, das passiert Deutschland tatsächlich auch, das ist so bescheuert, weil es die Infrastruktur gibt, das anständig zu verteilen, gerade mit den neuerbaren Energien. Und ich meine, in Australien könntest du ja wirklich easy alles mit Solar betreiben. Genau. Und das ist halt, damit bewirbt auch die Regierung, die gewählt wurde, die wollen jetzt die Leader sein, international, was du in vier Jahren schaffst. Ich meine, die Leute haben halt so hohe Erwartungen und es ist immer so, wenn neue Regierungen rankommen, das dauert halt Zeit, das dauert. Die werden in vier Jahren vielleicht nicht viel sehen. Vielleicht werden eher Leute verärgert, indem dann halt jetzt dann gesagt wird, hey, du musst dein Auto verkaufen oder so. Und Australien hat auch eine Autoflotte, die ist wie in einem afrikanischen Land. Also sie fahren Autos, die sind 30, 40, 50 Jahre alt. Da gibt es keine Emissionskontrolle, nirgendwo. In der Stadt gibt es keine Klimazone, nix. Also die sind absolut hinten. Und als ich nach Australien gegangen bin, kam mir das so vor, krass, Australien ist ja ein Land, das ist ja schon Jahre vor Deutschland. Auch Architektur, alles war neu und spannend und so. Ja, jetzt, zehn Jahre später, komme ich nach Berlin und sehe genau das Gegenteil. Berlin ist nach vorne gegangen, Deutschland geht nach vorne. Also was man in zehn Jahren alles verkacken kann, ist ja unglaublich. Ein bisschen rückwärts gelaufen, ja. Rückwärts, absolut rückwärts. Australien ist ein Land, das sich rückwärts entwickelt. In allen Richtungen, in allen Richtungen. Ja, mein Fazit ist, ich will immer noch nicht nach Australien. Aber hey, ganz ehrlich, ich finde, das ist in den USA halt auch so. Voll. Das ist auch wahnsinnig rückschrittlich, was da passiert. Mich hat auch, die Regierung hat mich auch krass an die Trump, an die Trump, weil er erinnert, wo ja auch eine Menge Amerikaner sich geschämt haben dafür, dass der Typ gerade das Land regiert. So, insofern, das war ja ähnlich. Und ich meine, guck mal, wohin das geführt hat, Alter, jetzt darfst du den nicht mehr abtreiben in den USA, aber ich meine, what the fuck. Ja, es geht wirklich, es geht wirklich ins Mittelalter teilweise. Unglaublich, ja. Also viele Faktoren, die halt da eine Rolle spielen. Also zumindest kann man sagen, dass 614 Leute haben den bei Letterboxd gelockt, dass das ein Film ist, den wesentlich mehr Leute zu Gesicht bekommen sollten und den sich viel mehr angucken sollten. Okay. Ist ja wie mit, auch mit, wie hieß der, Blue, ist auch ein Film, den sollte man, den muss man sich eigentlich angucken, als sollte jeder gesehen haben. Genau. Haben wir auch damals gesagt, glaube ich, das war auch das Fazit. Aber das ist halt leider das Problem mit solchen Dokus, ne? Wobei man hier zumindest sagen kann, dass die Amazon Studios diese Doku eben produziert haben, um eventuell ein bisschen mehr Reichweite zumindest bereitzustellen. Ja, also ich habe ja den Podcast gehört mit der Produzentin von der und die meinte auch, die Regierung hat alles abgeblockt. Alle Interviews, alle, den zu promoten in irgendeiner Art und Weise. Ja, weil die können dabei nicht gut bei wegkommen. Genau, die sonst. Keine Chance. Keine Chance. Dabei wäre ja gerade das eigentlich ein gutes Signal, ne? Ja. So, also anzuerkennen, wir machen eine Menge falsch, deswegen guckt euch mal sowas an, dann können wir auch mal für die Stimmung insgesamt ein bisschen was tun. Und vielleicht hat der Film ja auch was bewirkt in der Wahl. Also Leute haben das 2021 gesehen, 2022 war die Wahl. Vielleicht hat das irgendwie auch einen Faktor gespielt, der Film. Vielleicht ein paar Tausend. Was, Leo, worauf du hinaus wolltest, ist wahrscheinlich, wer sich den Film dann anguckt, richtig? Das war ja auch unser Fazit von Blue. Ja, ja, eben. Den müssten halt eben auch Leute sehen, die nicht von sich aus auf die Idee kommen. Genau. Das ist ja meistens genau die, die du erreichen willst mit sowas. Und das Problem ist, glaube ich, dass die Leute, die sowieso ein bisschen umweltbewusst sind, sich so eine Doku angucken. Weil es die Leute, die das sowieso auf dem Schirm haben, die interessieren sich für diese Thematik. Aber es müssen eigentlich die sehen ... Die sich das nicht freiwillig angucken, das ist das Problem. Ja, weil du musst ja die erreichen, wenn du jetzt sagst, in Australien sind so viele halt völlig blind unterwegs, weil sie einfach Medien und Regierungen glauben, zwangsläufig, weil sie da leben und nichts anderes kriegen. Also gerade für solche Menschen wäre das ja interessant. Ja, dann würde ich mit dem Schulunterricht anfangen. Weil da kriegst du so eine Film vorgesetzt und du musst die dann gucken. Und dann wirst du gezwungen. Das hast du auch so gemacht. Die sind dann an die Schulen gegangen, haben extra Szenen, extra Material für die zusammengestellt und so weiter. Das war eine große Aktion. Oh, cool. Das ist ein guter Ansatz. Ja, das ist gut. Voll gut. Okay. Ja, Regisseurin. Du hast ja nur gesagt, dass es eine sie ist, glaube ich, ne? Genau. Eva Orner. Genau, die schon mal einen Oscar gewonnen hat. Das wusste ich auch nicht, habe ich erst gestern gesehen. Die hatte dann einen gewissen Bekanntheitsgrad 2008 erlangt, als sie den Oscar für Taxi to the Darkside gewonnen hatte. Das war die Doku über diese brutalen Foltermethoden von Afghanistan, hier in Afghanistan, auf dieser Base, über das Militärbase, wo die vorgeführt wurden. Guantanamo? Nee, war nicht Guantanamo. Das war ein anderer Standort. Genau. Dafür hat die einen Oscar gewonnen. Und die ist aber Australierin. Ja, genau. Und die hat den Film, die war auch, sie wohnt in Amerika, aber sie war zu der Zeit, wo die Brände waren, bei ihrer Familie und ist durchs Land gereist. Und hat dadurch alles miterlebt und hat dann gedacht, das geht so nicht, ich muss irgendwas machen. Und dann, so kam diese Dokumentation dann zustande. Das heißt, wir haben hier sowohl Archivmaterial, als auch Bilder, die sie live erstellt hat von dem Brand. Ich weiß gar nicht, ob sie selber eine Kamera gehalten hat oder so, das weiß ich nicht. Ja, oder ihr Team, ist ja auch egal, aber für den Film wurde kein Bildmaterial erstellt? Das ergibt sich, glaube ich, nicht so unbedingt. Das weiß ich nicht, weil, ja, das weiß ich nicht, dass sie so schnell gehandelt hat, das weiß ich nicht, ob sie dann direkt gesagt hat, hey, wir müssen das jetzt machen. Aber kann ich mir gut vorstellen, die hat wahrscheinlich Verbindungen und sagt, hey, ihr filmt mal da mit eurer professionellen Kamera und nicht mit irgendeiner, was weiß ich was, Kamera. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so war, ja, dass das schon da losging. Und was noch als Side-Note ist, ist ja auch so, die Tiere, die dort umgekommen sind, ja, es sind, wie soll ich sagen, eine Billion Tiere umgekommen in der Feuerwalze und natürlich ausgestorben. Also es gibt auch Rassen, die komplett, die es nicht mehr gibt, Vögel. Wahnsinn. Und das erste Mal haben Regenwälder auch gebrannt. Also Wälder, die historisch noch nie gebrannt haben. Wenn du mal in so einem Regenwald bist, dann weißt du, es ist feucht. Die wohnen einfach platt gemacht. Krass. Durch das Feuer. Und da sind also Sachen verbrannt, das kann man auch gar nicht einschätzen, was die Auswirkungen davon sind, weil es noch nie passiert ist. Alter, das geht alles so krass im Bach runter. Oh, wow. Wow, okay. Ja. Gut, dass ihr den zwei, hier zwei Folgen pro Woche rausbringt, dann bleibt noch ein bisschen, was der Mensch halt nachhaltig hält. Ja, die letzte Folge haben wir schön hier über Ambulance geredet und Helge Schneider. Ja, Mann. Und diesmal ein bisschen ernster. Das ist echt krass. Letzte Episode war ziemlich bestimmt von Hirn aus. Von Luhörer. Und heute sind wir ganz anders unterwegs. Ja, das ist ein Tratsprogramm, ja. Eher ernster Thema. Aber interessant, man merkt ja, dass es ein Herzprojekt von ihr ist. Insofern finde ich gut. Ja, ist auch mal wichtig. Ja, also ich bin da nicht irgendwie beteiligt an dem Film, also gar nicht. Nein, aber... Ich habe den nur gesehen. Alles gut. Eben, aber das Thema liegt ja im Herzen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sollte uns allen. Ja, das ist es halt, ja. All right. Da muss jeder bei sich anfangen. Dann kommen wir zu den Punkten. Dave. Ja. Mr. Secretary. Ja. Auch hier bin ich wieder mir auf. Boah. Scheiße, ich habe es einfach beschrieben, Alter. Was macht der denn dann? Das ist wirklich, ey. Der war mal echt akkurat, der Typ. Fällt mir gerade auf. Stimmt, ich habe sie dir geschickt. Hast du die Griff parat? Ich hatte sie dann... Also die E-Mail hast du nicht... Habe ich hier, ja. Ja, super. Ja. Und zwar, IMDB 8.0. Mhm. Metascore 91. Nee, das ist Walsh mit Baschieren. Ja, dann habe ich dir das Falsche geschickt. Das Falsche kopiert. Ich habe jetzt auch die zweite Zahl abgehört, aber das ist Walsh mit Baschieren. Denke ich auch, ja. Ah, ich sehe. Was ist der Rest auch falsch? Ähm. Nee, der Rest ist richtig. Der Rest ist richtig. Okay. Okay, I am so stressed out right now, I don't know if those are compliments or insults, all right? Wenn, dann richtig falsch. Ja, dann Tomatometer 8,2, in Klammern 94 Prozent. Audience 3,2, 57 Prozent. Letterboxd 3,5. Mhm. Okay. Ich muss anfangen. Ich hau natürlich wieder tierisch auf die Kacke. Zehn. So. Jetzt Dave. Okay. Ich hatte ja herausgestellt, dass Conny nicht so euphorisch unterwegs sein kann. Gerade deswegen. Aus Prinzip dagegen. Ich bin bei der 9,5, so. Also. Und er liegt, er liegt bei 7,1 bei MDB, so. Okay. Okay. Also ich wäre hier tatsächlich, von mir ist auch bei einer 10, weil das schon sehr nach einem Herzensprojekt klingt, vor allen Dingen, weil er auch selber betroffen ist und das selber auch mitbekommt am eigenen Leib. Und jetzt mal unabhängig vom Taktieren, dass ich sowieso das gleiche genommen hätte wie du, bin ich auch bei einer 10. Scheiße, eigentlich hätte ich irgendwie einen tippen sollen oder so. Dann wäre es mit ins Verderben geritten und Dave hätte gewonnen oder so. Äh, lustig. Wobei, ne, bei Conny sieht es eigentlich auch nicht schlecht aus. Naja. Okay, also du sagst auch 10, ja? Ich sag auch 10. Gut. Ja, also ich war alle daneben. Ich hätte auf eine 8 gegeben. Oh. Alter, wie lustig, ey. Ich habe heute echt auch tierisch auf die Kacke gehauen mit Minuspunkten. Das ist auf jeden Fall Rekord. Das ist ein Rekord, oder? Definitiv. Ich hatte noch nie 4,5. Aber das ist lustig, ich habe auch... 5, Alter. Ich bin bei 5 Miesen. Okay, das ist wirklich Rekord. Das habe ich noch nie geschafft. Wer das tippt, Freunde, der kriegt von mir 100 Euro. Auf jeden. Wer nie mit 5 Punkten hier in die Tabelle eintippt, ihr kriegt 100 Euro gewiesen. Ihr habt es im Vorfeld schon mal von mir hier ins Mikrofon. Egal, wie viel das sind. Oh, wie witzig, ey. Dass ihr erst mal sehr Geld verdienen könnt. Ähm. Okay, warte mal. Das heißt, Dave hat nur einen halben Miesen, ne? Nee, nee. Anderthalb. Stimmt, anderthalb. Alter, er hat uns alle reingeritten hier. Und mit anderthalb bist du noch am dichtesten dran. Ja, warte mal. Jetzt muss ich mal wirklich zählen. Ich bin wirklich original. Der Australische ist 5 Miesen, Alter. Was fehlt dir denn, um 10 Punkte zu vergeben? 5 Miesen. Also, wie vorher... Also, 10 Punkte muss schon was ganz Krasses sein. Also, muss irgendwie... Dein Lieblingsfilme. Ja, Lieblingsfilme irgendwie. Und da ist ja jeder irgendwie anders drauf, ne? Ähm, aber vielleicht ist es einfach so, dass ich diese ganzen Bilder, die dort gezeigt werden, schon x-mal gesehen habe, im Fernsehen und sowas, und mich das dann halt einfach... Ich nehme es zu realist, also zu, zu, ähm... Everyday Business. Everyday Business, genau so. Ja, es flasht mich nicht so krass. Ich nehme es einfach so, wie es kommt. Ja, und deshalb wahrscheinlich... Na, haben wir ja den Australian Second Jan entdeckt. Ne, ich hab ja auch... Ich hab ja auch 8 Punkte vergeben, äh, nach dem Gucken. 8 von dir. Und genau, was hier gut ist, ja. Das interessiert doch jetzt überhaupt niemanden, wie viele Punkte du mir gegeben hast. Wir kriegen immer für die beiden. Super. Ja. Alter, Alter. Da hätte ich mal eine Klappe. Ja, aber gut, ist ja trotzdem sehenswert, der Film, 8 Punkte. Aber ich dachte jetzt, dass da mehr Herz dran hängt. Hätte ich auch gedacht. Ja, kein Thema. Ganz offensichtlich. So, dann präsentieren wir das Endergebnis. Ja. Rekordepisode. Ich bin bei minus 5. Das ist wirklich Rekord. Wenn du immer so punkten würdest, dann hätte ich auch mal eine Chance beim Punkten rein. Ja, das siehst du, aber das ist das Witzige, ist halt dieser unberechenbare Faktor, weil mit Dave kann ich ja noch ansatzweise, da komme ich ja mittlerweile ganz gut klar, aber Conny war halt echt die große Unbekannte hier in der Rechnung heute. Ja, das stimmt. Und ja, deswegen hat er passenderweise auch gewonnen, das Ding. Er ist nämlich mit 2,5 Miesen ganz weit vorne. Conny kommt in die Lust, Tor. Yay. Jawohl. Habe ich mich selber eingeschossen. Und einen ganzen Punkt dahinter ist Gäste mit 3,5. Dave hat 4,5 und ich eben besagte 5. Ich bin nicht Letzter. Nee, du bist nicht Letzter. Nee, das habe heute ich souverän hinbekommen. Dass Lee auch mehr Punkte macht als du, mehr Minuspunkte, das ist auch neu, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich hatte nur einmal, weil ich vorletzter, weil Erik noch schlechter war als ich. Siehst du, du musst dir mehr Leute ranholen, die noch schlechter sind als du. Dann landest du da vorne. Ich brauche hier immer Gäste. Ja. Also wer hier 5 zu 3,5 tippt bei der Episode, weil wir haben so ein virtuelles Ding, sodass die Leute nochmal vor der Episode können hier halt online tippen, bei wie vielen Punkten wir landen werden und wie lang die Episode wird. Oh. Und weißt du, und wer dann am Monatsende, nach allen Episoden, wer da die meisten, praktisch die wenigsten Punkte, also die meisten Pluspunkte gemacht hat, der kriegt da auch nochmal Preise. Und insofern, dass da einer Lee auf 5 tippt, weil der ist immer minus 0,5, 1 maximal, also 5 ist Rekord. Ist auch richtig für die Spielsucht, die ist, weißt du? Nicht wer wird Papst, sondern wer gewinnt das Punkte-Raten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spielsüchtigen hier bei unserem Punkte-Raten unbedingt auf ihre Kosten kommen. Dass das genau das Spiel ist, wo die nachts schweißgebadet aufwachen und sich von seiner Frau entschuldigen, dass die kurz den Laptop aufmachen können. Oh, scheiße, das ist wie eine neue Episode. Mist, 4 Stunden, muss ich mich durchhören, ob ich... Ja, genau, die Stände. Da muss ich immer wieder Ärger einfangen. Ich muss nur noch kurz Punkte-Raten, jetzt lass mich so... Das ist es. Also die besitzen beim Therapeuten, ey, die sind Punkte-Raten. Schweißgebadet, jeden Tag so, die sollen aufhören damit. Und dann landet er bei minus 5. Minus 5, das hat es seit 3 Jahren nicht gegeben. Wie soll ich denn darauf kommen? Ich hab Haus und Hof verspielt, verdammte Axt. Bei den Warcraft-Banausen. Richtig, ja, ja. Geil, ey. Also darf ich nochmal zurückkommen, Lee? Ja, natürlich, bitte, immer. Du darfst wiederkommen. Wir brauchen noch eine Rauhansche auf jeden Fall. Aber wir kommen im Lostopf. Also wie gesagt, am Ende wird da ein Sieger gezogen und vielleicht darfst dir da was aussuchen. Wunderbar, komm ich reingeflogen? Kommst du reingeflogen, genau. Geil. Sonnencreme oder so, je nachdem, was man da braucht. Genau. Regenschirm. Regenschirm. Verlosen Sonnenhüte. Alles. Gucken wir mal. Ja, dann sind wir durch für heute, oder? Jawohl. Und dann weisen wir noch auf den Bewegt mit Banausen-Bashen. Da läuft gerade ein kleines Quiz-Format auf YouTube, wo wir jede Woche eine Folge rausboxen. Und die letzte Folge, die released worden ist. Oh nein, die Schande. Das ist Classic Dave. Wir wollen ja nicht spoilern. Naja. Wir wissen ja nicht. Wir haben noch nicht alle gesehen. Schande für wen. Gucken wir mal. Ja, da unbedingt nochmal abonnieren und gerne supporten bei Patreon und Steady. Genau. Links dazu gibt es auf Social Media im Linktree. Ja. Vielen Dank, Conny, fürs Ziersehen. Ja, machen wir gerne. Ja, haben wir cool. Danke. Jederzeit. Und habt ihr noch irgendwas? Abschließende Worte? Ich nicht. Nein. Du? Auch nicht. Ich auch nicht. Gehen wir mal was futtern. Jo. Bewegt Bild Banausen.